Videotev Süß dich nach blutigen Videobahn Ja, heute spreche ich über 10 Filme, die ich in den letzten Tagen geschaut habe Und zwar hatte ich nach meinem Ausflug in den Arzi-Fazi-Bereich Lust, mal wieder ordentlich Hau-drauf-Action zu sehen Mehr oder weniger Also es geht jetzt um Action So nenne ich das hier auch Und ich werde mir den Thumbnail dazu speichern Und dann kann ich ihn nämlich einfach erweitern mit einer Zahl Denn ja, es wird sicherlich mal wieder passieren, dass ich dann mal wieder Action gucke Und ich rede jetzt hier wirklich nicht von irgendwelchen B-Kloppern, was ich auch immer gerne schaue Aber die Videos, die heißen dann ja auch B-Klopper Nein, es geht jetzt hier schon um gut besetzte und hochwertigere In der Umsetzung hochwertigere Actionfilme Oder Action-Thriller Auch Ja, denn bei einigen Filmen, die ich hier geschaut habe Es sind auch ein paar Erstsichtungen dabei Drei Stück, glaube ich, weiß nicht genau Ich glaube ja Habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet Ja, aber die Filme waren trotzdem gut Ja, aber halt nicht so Action-lastig Also ich hatte eigentlich Bock Wirklich Filme zu gucken In dem Stil, wie hier unsere Top 2, 3 Drei Die Top 3, die nachher kommen Ja Aber das ist mir nicht gelungen bei allen Filmen Aber ja Aber der Reihe nach Erstmal vorweg Keiner der Filme hat mir missfallen Die waren alle gut So Und dann würde ich sagen Wir haben hier genug rumgeblubbert Ja, aber übrigens Ich habe das mit der OBS-Software jetzt hinbekommen Ja Du musst halt unten in dem Fensterchen Wo du Komponenten zufügst Bei Videoaufnahmegerät über Rechtsklick In die Eigenschaften Und da musst du dann benutzerdefiniert einstellen Was die Bildauswahl angeht Oder hier die Einstellungen Und Dann kannst du noch die Auflösung einstellen Und dann Dann sind da endlich das ganze Bild Vorher war das ja So hier so Hier so abgeschnitten Links und rechts Ja gut Aber jetzt genug gesammelt Kommen wir jetzt zum ersten Film Da habe ich geschaut Das war auch ein First Watch Ich kannte den noch nicht Den Film Ich dachte ich kannte den Ich habe den mal verwechselt mit einem anderen Ich werde euch auch gleich erzählen welchen Es geht um Safe House Mit Denzel Washington Und Ryan Reynolds So Ähm Ich habe den verwechselt mit Two Guns Der ist ja auch mit Denzel Washington Und ich glaube Mark Wahlberg Oder so Ja Naja Halt irgendeinem anderen Weißbrot Ich bin weiß Ich darf was sagen Das war jetzt gar nicht rassistisch Weil ich ja weiß bin Ja Was ist Quatsch Aber gut Gut Schweifen wir nicht in eine andere Thematik ab Äh Safe House ist ein Ja Action Thriller Auf Also womit kann man den vergleichen Ja so ein bisschen auf Agentenbasis Würde ich sagen Und äh Inhaltlich Oder von der Umsetzung her Rein audiovisuell Ja Würde ich den irgendwo zwischen Staatsfeind Nummer 1 Mit Will Smith Und Man on Fire Mit hier Denzel Washington Einkategorisieren So in der Richtung würde ich sagen Bewegt sich Äh Stilistisch Thematisch Und auch von der Action Umsetzung her Safe House So Worum geht's Ryan Reynolds Der hier auch wirklich eine ernste Rolle spielt Also hier ist nichts mit diesem Ryan Reynolds Augenzwinker Humor Oder so Ja er spielt wirklich einen ernsten Charakter Was ich ihm nicht abnehme Tut mir leid Ja wenn ich Ryan Reynolds Gesicht sehe Dann sehe ich Komödie Ist so Ja er hat auch einfach nicht das ernste Gesicht dafür finde ich Ja er hat immer so dieses leichte Lächeln um den Lippen Egal in welcher Situation Ja Das muss ich an der Stelle schon mal vorweg nehmen Ja er spielt eine ernste Rolle Allerdings hätte man sich hier vielleicht für jemanden schauspielerisch entscheiden sollen Der auch Ernsthaftigkeit mehr ausstrahlt Wenn du Deadpool gesehen hast und die ganzen anderen Filme mit ihm Ja er ist immer so ein bisschen der Der Comic Relief Ja und nicht der ernste Badass Held Aber hier versucht er das So Ähm Es gibt ja auch noch diesen Captivity oder Captive oder wie hieß der Der sich da so ein bisschen in Richtung Prisoners bewegt Ist überhaupt nicht mein Film gewesen Weder Prisoners noch Captive Ich mag solche Art Filme einfach nicht Ja Stinklangweilige Schnarch Thriller Mit unbefriedigendem Ausgang Da brauche ich das Das ist auch Zeitverschwendung für mich Ja Aber da hat er ja auch mal so einen Film gemacht Das spielt er auch ernst Habe ich mir auch nicht abgegenommen Die Rolle Äh ich mag ihn sehen So ist es nicht Ja Also rein als Darsteller Ja Aber Er hat mich nicht überzeugt Als Badass Action Held Und das größte Problem bei Safehouse Deswegen ist er auch auf dem letzten Platz Das war für mich die Action Ja Denn äh Teilweise ist sie ähnlich scharf geschnitten Also jetzt nicht scharf in puncto Zensur Sondern schnell im Schnitt Ja Und verwackelt gefilmt Wie in den Taken Filmen In den 96 Hours Ja So Aber gut Ja worum geht es Wie gesagt Ryan Reynolds spielt So eine Art Agent In der Ausbildung Oder 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 Probezeit Oder was weiß ich nicht Ja Oder 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 Frischling Keine Ahnung Agent Und Es gibt halt die titelgebenden Safehouses Das sind irgendwelche Ja Sicheren Abgesicherten Keine Ahnung Gebäude In denen er dann halt eben Sitzt und wartet Und immer regelmäßig Status Updates gibt Alles in Ordnung Alles in Ordnung Alles in Ordnung Wofür braucht man diese Safehouses? Für Heimliche Verhöre Zum Beispiel Und darum geht es jetzt eben auch Ja Da wird ein Ex Ich glaube CIA Agent Gespielt von Denzel Washington Äh Der mittlerweile allerdings Auf eigenen Pfaden So seinen Dingen dreht Ja Festgenommen Und dort hingebracht Zum Verhör Ja Und da machen sie auch mit ihm Waterboarding Und plötzlich wird der Laden gestürmt Von einer Ja Gruppe von Terroristen Oder man weiß es nicht genau Und die werden alle Platt gemacht Nur Ryan Reynolds Kann entkommen Mit Denzel Washington Als seiner Ja Geisel kann man ja nicht sagen Als seinen Gefangenen Ne Denn Denzel Washington Ist ja hier im Grunde Genau so ein bisschen Der Böse Denn ja Er ist ja ein abtrünniger Agent Wenn man so will Ne Jetzt müssen sie fliehen Und sich irgendwie Fragen sie sich Irgendwie müssen sie jetzt Rausfinden Was ist da los Was ist da der Hintergrund Bla 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 Ja So Und Hier macht auch Wie heißt der nochmal Brandon Gleeson Ist das richtig Oder heißt der Brian Gleeson Ich vergesse das Ich verwechsel das immer Das ist der 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 Kräftige Rothaarige Kumpel Von Braveheart Wisst ihr welchen Schauspieler Ich meine Zum Beispiel Ja Der spielt hier So eine Art Vorgesetzten So ein bisschen Ja So Der 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 Denzel Washington Kann Zeitweise Dann auch immer wieder Ryan Reynolds Entkommen Und er Kriegt ihn dann wieder Eingefangen Und bla 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 Das ist halt Das was da jetzt passiert Ja Also Denzel Washington Wird halt die ganze Zeit Gejagt Weil er etwas hat Oder weiß Und was das ist Erzähl ich euch jetzt Im Spoiler Wenn ihr neu Auf meinem Kanal seid Natürlich wie immer Der Die Erklärung für die Scheiße Die jetzt hier passiert Ja Willkommen auf meinem Kanal Ich rede gerne über Filme Wenn ich über Filme spreche Spreche ich über die ganzen Filme Inklusive dem Ende Und über den Spoiler Weil ich auch dazu Meine Meinung sagen möchte Wenn ihr den Spoiler Nicht hören wollt Dann könnt ihr so lange Auf der Tastatur Weiter drücken Mit der Steuerung Bis ich den Hut Nicht mehr trage Dann sage ich nochmal Ein Fazit zum Film Der ist der Spoiler Aber vorbei So Los geht's Mit Safehouse Mit dem Spoiler Am Ende stellt sich halt heraus Dass Denzel Washington Eine Liste hat In einem War es nicht sogar Irgendwie In einem USB-Stick Oder Was ich gar nicht mehr genau Auf jeden Fall Weiß er halt eben Von irgendwelchen Korruptionsgedöns Innerhalb der Der Agency Da Oder was auch da ist In der eben auch Brenton Gleeson Brian Gleeson Ich habe vergessen Mal den Namen Ja wie gesagt Mitverwickelt ist Dann gipfelt das Nachher alles In einem weiteren Safehouse In dem die beiden Dann landen Und Da kommst du zu einem Ja Showdown Ich finde sowas Ja immer ein bisschen Ein bisschen Labberig Ja Peng und Tod Ja Man erschießt sich halt So ein bisschen Gegenseitig Und auch Denzel Washington Fängt sich an Eine Kugel ein Und Gerade wo er dir Sympathisch endlich ist Und wo du endlich Weißt Okay er ist eigentlich Einer von den Guten Ja Stört er natürlich So und Ryan Reynolds Sagt sich Dann halt eben Sich praktisch Von seinem eigenen Job Los Und veröffentlicht Diese ganzen Dinge Die er dann jetzt Da halt eben Dank Denzel Washington Ja nun hat Und weiß Und bla Ja Sie konnten also Nicht verhindern Dass das alles Irgendwie ans Tageslicht Kommt Also es ist eigentlich So eine Standard Action Story So ein bisschen Aber ganz nett erzählt Aber das sage ich Gleich nochmal Im Fall Also Ryan Reynolds Ist denn jetzt Der neue Abtrünnige Agent Auf der Flucht Wenn man so will Ja und lebt dann Jetzt irgendwo Undercover Und Er hat auch Eine Partnerin Und von der Verabschiedet er sich Dann so Mehr oder weniger Er will sie Nicht mehr In Gefahr bringen Und Ihr kennt diesen ganzen Das ganze Gedönse ja Wenn ihr so ein bisschen Actionfilme Im Agentenstil So halt seht Ja So Also technisch Ist das natürlich Ein sehr schöner Film So Also man sieht halt Das ist Hollywood Er ist gut besetzt Keine Frage Aber Ja man hat schon Zu viele Filme Dieser Art gesehen Finde ich Kann ja nie anders sagen Ja Aber da ich Wie gesagt Ich bin ein großer Fan Von Denzel Washington Ich sehe den Typen gerne Viele Filme gemacht Die ich sehr mag Von Kann ich jetzt Zyra hier Aufzählen Von Ricochet Über Virtuosity Den ich immer noch Schmerzlich unterbewertet finde Zum Beispiel Bis Ach was weiß ich Die Equalizer Filme Die ich auch noch Vor mir habe Ich kenne die zwar schon beide Aber die will ich auch noch Mal irgendwann rewatchen Also wie gesagt Action Kommen noch einige Episoden Dann irgendwann mal So Egal Das zu Safehouse Ist ein guter Film Wenn ihr die angesprochene Thematik mögt Und diese Art Filme Die ich zum Vergleich herangezogen habe Mögt Und klarkommt mit der Teils etwas rasant Etwas hektisch geschnittenen Teils etwas verwackelten Action Es ist hier nie unerträglich Das möchte ich dazu sagen Ja Es ist nicht so Dass du bei jeder Action Inszenier sagst Wie bei Taken 3 Dass du bei jeder Action Inszenier sagst Oh Gott Leute Was ist mit euch Wenn ihr keine Action Inszenieren könnt Dann dreht ihr keinen Actionfilm Ja So das Aber so schön ist es hier nicht Okay So Dann kommen wir zum nächsten Film Auch ein Er ist eine Erstsichtung Der Film ist auch relativ aktuell Soweit ich weiß Und Ich hoffe ich sage da jetzt richtig Welcher Schauspieler das ist Ich vermute mal Dass ich ihn wieder erkannt habe Wir sprechen über 21 Bridges Mit Chadwick Boseman Bowman Boseman Boseman Keine Ahnung Das ist glaube ich Black Panther Und Black Panther fand ich mal richtig scheiße Tut mir leid Ja Der erste Schwarze Superheld Ja Ähm Wakanda über alles Ja Macht das umgekehrt mit einem weißen Nazi-Film Nazi-Propaganda Ja Also die Schwarzen dürfen das Ne So Das hat jetzt aber nichts mit 21 Bridges zu tun Äh ich habe Ähm Ich mache das immer so Wenn ich mir ein Thema aussuche Für Für Ein Feedbacks Ja Wie ich das ja jetzt getan habe Dann habe ich schon von vornherein so Meistens die Hälfte der Film Die ich sehen will Schon im Kopf Da weiß ich Okay den suchst du dir raus Den hast du noch irgendwo liegen Den hast du noch irgendwo liegen So jetzt brauchst du aber noch drei vier Was nimmst du denn jetzt von den ganzen Stapeln Was ist denn da jetzt noch dabei Was passt Was da irgendwie jetzt auch reinpasst Was mithalten kann Mit den bisher erwählten Filmen Für Rewatches oder so Ja So und dann gucke ich halt meist Trailer Und ich habe von 21 Bridges den Trailer gesehen Und dachte Oh Mann Die Rolle die Chadwick Boseman hier spielt Die wäre ja auch Also vom Trailer her Wäre das auch ein guter Stallone Film In den 90ern gewesen oder so Von der Thematik her Ja Das was da in dem Trailer So groß aufgebauscht wird Ist hier aber eigentlich nur ein Nebenelement Worum geht es Also Da sind zwei Gangster Zwei Ja Jungen will ich jetzt nicht sagen Ja Zwei Gangster Dudes Ja Und die kriegen irgendwie einen Tipp Da sind irgendwo 30 Kilo Stoff Und das wollen die sich Unter Nagel reißen Das wollen sie stehlen Und dann unter die Leute bringen Und damit Kohle machen Ja So Das ist so die Basis Als sie allerdings dann halt eben Den Ort erreichen Wo sich diese Drogen befinden sollen Finden sie nicht 30 Kilo Sondern 300 Kilo Das ist eine so große Menge Da Um an die ranzukommen Und um die zu verteilen Müsstest du schon mit einem Kartell Oder einer ähnlich organisierten Institution zusammenarbeiten Also ist das eine große Nummer Ja Ja Sie nehmen dann so viel mit wie sie können Nämlich 50 Kilo Von den Drogen Und fliehen dann Auf ihrer Flucht Der eine von den beiden Der ist eigentlich eher so Der besonnenere Und der andere ist der Heißspornige Vollidiot Und ballert etliche Bullen ab Ja Jetzt sind die beiden also Cop-Killer Und er wird natürlich Zur Jagd auf die beiden geblasen So Ähm Chadwick Boseman Spielt hier dann Einen Ja Geläuterten Cop Er hat halt einiges hinter sich Und hat mal irgendwie In einem Einsatz glaube ich Irgendwas irgendwie versagt Irgendwas verkackt Ich weiß nicht mehr genau Auf jeden Fall Ist das jetzt für ihn Er wittert jetzt hier in diesem Fall Äh die große Chance Zur Zurückkehr In den Job Und sein Ansehen Wiederherzustellen Und irgendwie so Äh ja Indem er die jetzt fasst Diesen Typen Er ist auch ein Er spielt hier auch Einen sehr unterkühlten Charakter Finde ich Ich wurde mit der Hauptfigur Irgendwie nicht warm Er ist irgendwie in keinem Moment Irgendwie mal Locker Oder sympathisch Ich meine du musst ja doch Als Zuschauer Finde ich Solltest du auch Die Möglichkeit haben Irgendwie ein Stück weit Auch mit einer Vielleicht von der Grundstruktur her Nicht sympathischen Figur Dennoch irgendwie Eine Sympathie zu entwickeln Also der Regisseur Sollte in der Lage sein Den Charakter so umzusetzen Dass du auch wenn es Der letzte Arsch ist Der Hauptdarsteller Ja Irgendwie eine Empathie Für ihn empfindest Das ist bei 21 Bridges Nicht gelungen Mir war der Hauptdarsteller Den ganzen Film über Egal Ich hab jetzt immer gedacht Was für ein unterkühlter Bastard Ey alter Zeig mal ein bisschen Emotionen Ja Komm mal ein bisschen Sympathisch rüber Du bist hier kein Roboter Das ist hier kein Science Fiction Film Ja Das ist hier ein Action Kracher Soll das jetzt ja eigentlich sein So jetzt kommen wir zu Dem großen Aufhänger Des Filmes Der dem ja auch den Titel gibt Ja So Die beiden Cop-Killer Sind jetzt also in Ich glaube es spielt in Manhattan Und Manhattan ist ja eine Insel Und 21 Brücken führen Von der Insel weg Oder zur Insel hin Ja Und die lässt die Polizei Jetzt abriegeln Und es ist das erste Mal In der Geschichte Dass Manhattan Komplett abgeriegelt wird In diesem Film halt Das ist so der große Aufhänger Wenn ihr euch den Trailer anschaut Und denkt Dann ist das das große Ding Ja Alle Brücken Manhattan ist jetzt also Ein Gefängnis Kurzzeitig Keiner kommt hier raus Ne Jetzt jagen wir Kreuz und quer Durch Manhattan Diese beiden Killer Ja Das ist so der große Aufhänger Ja Das wird aber nur Ganz kurz beschlossen Und dann wird gar nicht mehr Bezug darauf genommen Dass die jetzt versuchen Von der Insel zu kommen Und sich dann Die verrücktesten Sachen Einfallen lassen Das immer wieder scheitert Von der Insel zu entkommen Das ist gar nicht der Plot Nein Es geht einfach nur darum Dass jetzt halt eben Jackwick Boseman Den beiden hinterher hetzt Und die dann halt eben Ja Auch kriegt Und dann alles andere Ist dann Spoiler Also die beiden Um zu entkommen Um dennoch zu entkommen Weil es ja jetzt alles Abgeriegelt Wollen sie sich neue Identitäten verpassen Das ist auf jeden Fall Unser Held Wenn man so will Ja Erreicht die beiden Und kriegt sie dann auch Zu packen Und diesen Cop-Killer Den Halsspornigen Von den beiden Den erschießt er dann glaube ich auch Auf jeden Fall stirbt er noch Und von dem anderen Erfährt dann halt Der Held Dass die nicht nur Diese Drogen haben Sondern auch Inzwischen irgendwie So ein Was ich nicht War das auch nicht Ich glaube das war auch Irgendwie ein USB-Stick Mit Hinweisen Dass diese ganzen Drogen Die da liegen Ja Die Gehören Ja Genau wie in Safehouse Zu korrupten Agenten Von der Polizei da Von dieser Drogeneinheit da Oder was Ja Die es da irgendwie gibt Er hat auch Chadwick Boseman Hat auch mittlerweile Vom Drogendezernat Eine Partnerin zur Seite Gestellt bekommen Gegen seinen Willen Weil Es geht ja um eine große Menge Drogen Und Chadwick Boseman Arbeitet als normaler Cop Der jagt ja die Killer Er ist nicht beim Drogendezernat Aber das soll dabei sein Deswegen kriegt er so Einen weiblichen Sidekick Ja Und die Alte hängt da dann auch mit drin Wie sich herausstellt Dann macht hier noch Keith David mit Den kennt man ja auch Das ist ja Hat er nicht auch bei Bei Predator mitgemacht Ich meine ja Das war doch Keith David Ne Oder verwechsel ich das jetzt mit einem Ne Ne Das war Dings hier Oder Ist auch egal jetzt Auf jeden Fall Der spielt hier den Vorgesetzten Von Chadwick Boseman Und der steckt da auch mit drin Ne Ja Und dann Jetzt ist das ja Gegessen Der Auch der andere wird dann erschossen Und zwar von dieser Von dieser Drogenfahnderin Ja Wird der andere In der U-Bahn erschossen Während Chadwick Boseman Ihn wie gesagt Nur stellt Und von ihm die Informationen Dann bekommt Und dann kommt die dazu Diese Drogenfahnderin Und erschießt den Typen Einfach so eiskalt Ja ich dachte Er hätte eine Waffe Und da merkst du schon Mit der alten Stimmt aber was nicht Und dann kommt das alles raus Er guckt dann auf diesen Stick Den Behälter für sich Und dann guckt der Und checkt was drauf ist Und findet die ganzen Informationen Dass das alles Korrupte sind da Und die beiden wurden nicht gejagt Weil sie Polizisten Umgebracht haben Ich meine ja Auch Aber die wurden so Verbissen gejagt Und das war auch so Ein einfaches Die 21 Brücken zu schließen Weil dann Großer Korruptionsskandal Sonst hätte aufgedeckt werden können Ja Was unser Held dann jetzt tut Er geht dann Zum Haus Von seinem Vorgesetzten Der ja hinter dem ganzen steckt Wenn man so will Und konfrontiert ihn Mit den Tatsachen Und dann kommen noch Ein paar andere Die stürmen dann das Haus Die wissen wohl davon Dass er da jetzt irgendwie Keine Ahnung Ob er irgendwie Ein Alarm aktiviert hat Ist egal Auf jeden Fall Andere wichtige Charaktere Die so ein bisschen mitgemacht haben Die auch alle korrupt sind Wie sich jetzt herausgestellt hat Kommen dazu Es kommt eine kleine Schießerei Auch der Vorgesetzte Wird dann erschossen Von unserem Helden Dann kommt noch die Drogenfahnderin dazu Und richtet ihre Waffe auf ihn Weil er hat Jetzt ist er auch unbewaffnet Also er hat glaube ich Sein Pulver verschossen Oder auf jeden Fall Richtet sie die Waffe auf ihn Ja Also jetzt könnte sie ihn Eigentlich erschießen Dann sagt er ihr Sie haben eine Tochter Möchten sie wirklich Lebenslang ins Gefängnis Wegen dem Mord An einem Polizisten Und ihre Tochter Hat dann keine Mutter mehr Ja und dann lässt sie Dann halt eben Ihn am Leben Und er veröffentlicht Die ganze Scheiße dann halt Was ist denn das Ende So Also ich muss sagen 21 Bridges Ist dann eher So eine Art Korruptions-Cop-Action-Thriller Es gibt ein paar Verfolgungsjagden Und ein paar Schießereien Ja Spektakuläre Action Im Sinne von Gigantischen Explosionen Oder atemberaubenden Stunts Oder sowas So viel ist da Nicht drin Ich kann mich an Keine einzige Action-Szene Jetzt irgendwie Eindrucksvoll erinnern Sag ich jetzt mal Ja Aber es ist ein guter Action-Film Sieht gut aus Man sieht ihm auch Sein Budget an Es ist einer der Hochkaritiereren Action-Filme Ja Aber wenn du halt eben Viel Action guckst Ihr habt ja noch erfahren Was hier noch für Filme dabei sind Ist man Besseres gewohnt Ich bin Besseres gewohnt Mittlerweile Oder vielleicht habe ich auch Einen anderen Action-Anspruch Oder anderen Action-Geschmack Sag ich mal Das hat mit dem Anspruch zu tun Ich würde eher sagen Jeder steht ja auf anderes Die einen mögen lieber Martial Arts Wieder andere mögen eben Shootouts hoch 10 Wieder andere mögen vielleicht lieber Viel Feuer Viel Explosionen Ja Anderen ist das egal Die möchten lieber sehen Wie Kilometer weit Die Autos durch den Luft fliegen Zum Beispiel Oder irgendwie so Wisst ihr wie ich meine Ja ich mag das alles Wenn du alles in einem Film hast Das ist ein guter Action-Film So Kommen wir zum nächsten Film Das war ein Rewatch Heißt das ist so dunkel hier Ich kann das gar nicht lesen Das war doch hier Genau Matt Dillon Der ist mir das erste Mal aufgefallen Im 88er Der Blob Der spielt hier auch mit Und John Reno spielt hier mit So Wir haben halt einen Moment Ich muss mich kurz durchziehen Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Ein siebenköpfiges Team Von Sicherheitsleuten Und die transportieren immer Jeden Tag Oder in regelmäßigen Abständen Ja Mit zwei gepanzerten Lastwagen Oder wie sagt man denn Lieferwagen Geld Viel Große Summen Geld Von Zwischen den Banken Oder was weiß ich Ja Wird das ja immer mal irgendwie Bewegt Das ist Das ist eigentlich so Das Und das ist so ein lockeres Team Und die kennen sich alle Sind alles so Kumpel So Harte Kerle Die dicke Buddies Sind so Das ist so das Das Credo des Films So Wenn man so So wird der Film Aufgebaut erstmal So Die haben aber auch Alle so ein bisschen So ihre Problemchen Und unser Held Oh Gott Wie heißt der Schauspieler denn Das ist auch hier so Von dem ganzen Ensemble Der Unbekannteste Short Ich kann den Vornamen nicht lesen Das ist zu klein gedrückt Keine Ahnung Auf jeden Fall Der Held Das ist halt auch so ein Schwatter Er lebt mit seinem Bruder Allein Die Eltern sind verstorben Und er muss sich halt Um seinen Bruder Der noch zur Schule geht Kümmern Ja und das ist so ein kleiner Sprayer Ne Und der baut immer so ein bisschen Mist und so Und die leben auch In ziemlich ärmlichen Verhältnissen Die beiden Und er würde Er würde sich eigentlich Was besseres wünschen Ja Er hat zwar einen Job Das bringt die beiden auch gut durch Aber Ja Das bringt sie halt nur durch Die können sich jetzt nicht Wirklich ein tolles Leben Irgendwie hinstellen Oder was die beiden Er stellt sich da ein bisschen Mehr für sich Und seinen Bruder vor So und dann Äh Erfährt er Also er ist auch Der neueste im Team Also in diesem In diesem Wie sagt man denn Sicherheitsteam Ja Security Team Und ähm Er erfährt dann von dem Team Dass sie ein Ding planen Und zwar Wollen sie ihre eigene Ladung Ausräubern Und das so hinstellen Als wäre es ein Überfall gewesen Und äh Sie konnten nichts dagegen tun Und das erbeutete Geld Schaffen sie irgendwie In so ein Verlassenes Fabrikgelände Und bringen das da unter Ja Und dann ist das Dann sind sie halt ausgeraubt Das wollen sie irgendwie Alles so inszenieren Irgendwie so Ja Und er ist erstmal voll dagegen Aber als er dann merkt Ja okay Das Jugendamt steigt mir Auf die Decke Äh Ich kann die Rechnung Nicht mehr bezahlen Und so Das wird langsam echt knapp Ne Der entschließt er sich halt Da mitzumachen Allerdings unter der Voraussetzung Matt Dillen spielt hier Seinen besten Kumpel In diesem Team da Und mit dem spricht er halt ab Ich mach mit Aber keiner wird verletzt So Ja und dann geht er halt eben Darauf ein Und dann geht's los Ne So Und Alexander Ist dann jetzt Spoiler Achtung Ja Die fahren dann auch los Und landen dann auch Bei dieser Fabrikhalle Bei dieser Verlassenen Und sind gerade lustig Am Geld ausladen Ja und dann stellt plötzlich Einer von denen fest Dass in dieser Fabrikhalle Ein Obdachloser Da steht Und die beobachtet Ja Dann schnappen sie sich Die natürlich Ne Und dann eskaliert die Situation Und ähm Lawrence Fishburne Macht hier ja wie gesagt mit Der flippt dann aus Und ballert ihn über den Haufen Den Penner Ab jetzt sind sie also Mörder Ja Und ab jetzt ist unser Held Dann auch raus aus der Nummer Er hat ja gesagt ne Nur wenn jemand verletzt wird Und es wurde jetzt jemand getötet So und dann Verschanzt er sich selbst In einem dieser gepanzerten Busse Hitten auf der Ladefläche Jetzt versuchen die anderen Ihn da raus zu kriegen Indem sie die Bolzen Die die Türen zu halten Rausschlagen Was aber eine Zeit lang dauert Und ja Denen läuft die Zeit davon Denn sie müssen Meldung machen regelmäßig Ja Ach ja Fred Ward macht hier noch mit Das ist der Vorgesetzte von denen Der irgendwo in der Zentrale sitzt Ne Und die Jungs immer nur rausschickt Und bei dem müssen sie sich halt Regelmäßig melden So Jetzt läuft denen die Zeit davon So und unser Held Der versucht natürlich irgendwie Alles Die aufzuhalten Dass sie jetzt in den Wagen reinkommen Und Aufmerksamkeit zu erregen Und dann schaltet er kurz dadurch Die Sirene ein Jetzt schaffen das natürlich Die anderen Die brauchen die Motorhaube aufzumachen Und den Das entsprechende Kabel zu kappen Das schaffen sie auch Aber die Sirene war lange genug an Dass in der Nähe Von diesem Fabrikgelände Ein Streifenpolizist Das Geräusch gehört hat Und jetzt nachgucken Geht was da ist Ja Und Als 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 sie ihn gerade abwimmeln wollen Schafft er das Das Kabel von innen So wieder zu reparieren Dass die Sirene Doch mal ausgelöst wird Ja Und dann Dann schießen sie Den Polizisten über den Haufen Der ist aber nicht tot Er ist nur angeschossen Der Polizist Ja In diesem ganzen Trubel Das jetzt passiert Ja Schafft es Unser Held Jetzt Die Die Luke hinten aufzumachen Von diesem einen Truck Und mit einem Weiß nicht War das irgendwie Eine Leuchtfackel Oder Baut er da eine kleine Bombe ein Weiß ich nicht Auf jeden Fall Fackelt er die eine Hälfte der Kohle Die ist ja in dem einen Wagen noch drin Die fackelt er ab Es gibt eine große Explosion Boom Das ganze brennende Geld fliegt dadurch Dann sind sie total Schockiert Die anderen Und durch diesen Trubel Der jetzt da entstanden ist Schafft es jetzt Wie gesagt Der hält Den Den Korb Sich zu schnappen Den Verletzten Und in den zweiten Bus Sich mit dem wieder Neu zu verschanzen Ja Das gelingt ihm So jetzt Jetzt ist er Da haben sie gerade drei Zwei oder drei Bolzen rausgeschlagen Und das hat er nun lang genug gedauert Ja Jetzt ist er im neuen Bus Also müssen wir von vorne anfangen Mit dem ersten Scheiß Und er hat den Polizisten bei sich auch noch Ne Und jetzt versuchen sie irgendwie Dann halt eben da weiter Irgendwie rauszukommen Und Ja Dann kommen die Mistkerle auf eine ganz andere Idee Und zwar fährt John Reno los Und kidnappt den Bruder des Hauptdarstellers Und als er dann da ankommt in dieser Lagerhalle Und den Bruder halt eben zeigt Wir haben da einen Bruder Da ist keine Situation endgültig Also ne Absolut endgültig Der Hauptdarsteller verlässt dann hinten die Ladefläche Und geht zu den anderen Lässt sich praktisch festnehmen Ja John Reno und Matt Dillon Gehen hinten auf die Ladefläche Und gucken in den Kasten ran Wo das Geld drin ist Und wo das Geld noch in Ordnung ist Ja und kaum machen sich Luca auf Boom Flieht die ganze Karre in die Luft Also hat er irgendwie Da auch schon wieder Eine Bombe Drapiert Während in dem anderen Hat er das ja nur abgefackelt Das Geld Das ist nur so ein bisschen so Aber da fliegt wirklich Die ganze Karre in die Luft So jetzt flieht er Er ist jetzt auch Mit den Polizisten zusammen Das sind die letzten beiden Überlebenden Und Ne ich glaube Matt Dillon War das nicht da hinten drauf Ich glaube das war hier John Reno und hier Dings hier Lawrence Fishburne Die da hinten drauf sind Und Matt Dillon Fährt jetzt hinter ihm her So Er ist der letzte Überlebende Von den Arschlöchern Die anderen sind mittlerweile Alle drauf gegangen Und Ja der fährt jetzt mit Mit dem anderen gepanzerten Wagen Mit offenen Türen hinten Hinter unserem Helden her Der Rennt dann da auf so eine Auf so eine große Erdgrube zu Springt rechtzeitig zur Seite Und dann kracht er Der Der Schurke da mit Mit seinem Ganzen Truck rein Stirbt dann an den Folgen Irgendwie Auch ein bisschen unspektakulär Fand ich jetzt Für einen Showdown Da hätte ich mir noch Irgendwie einen kleinen Zweikampf Oder irgendwas gewünscht Ja ich mag es dann Lieber doch ein bisschen knackiger Ne Aber gut Es ist auf diese Weise Befriedigend zu Ende Ne Er hat den Den verwundeten Polizisten Auf diese Weise retten können Er hat verhindert Dass dieses Geld da gestohlen wird Okay es ist kaputt Das Geld Aber Besser so Als dass es in den falschen Händen landet Ne Und Ganz am Ende Begegnet er noch Sein Vorgesetzten Also Fred Ward Und der sagt ihm dann Ich hab gehört Es gibt eine Belohnung Also wird er Eine größere Summe Geld bekommen Mit der er dann Seine Rechnungen bezahlen kann Dann können sie weiter In dem Haus leben Er kann weiter halt eben Das Leben führen Dass sie aktuell Also die kommen so ein bisschen Aus den Schulden raus Ein Stück weiter im Boden Also alles gut Happy End So Also Ich fand Armored Ist ein schöner Film Wenn ihr damit klarkommt Dass es jetzt hier nicht Die großen Shootouts Und Martial Arts Szenen gibt Und das ist alles Überwiegend Ja Überwiegend kann man nicht sagen Die erste Hälfte ist so ein bisschen Die Charaktere Und wie die so ihren Job machen Und wie die so miteinander umgehen Ja Und die zweite Hälfte Die spielt dann nachher In dieser Fabrikhalle Da wenn man so will Und die Ausgangssituation Hab ich euch ja gerade erklärt So Ja Das ist okay Ich mochte den Film Ja So dann kommen wir zum nächsten Film Das ist ein First Watch gewesen Kannte ich noch nicht Auch hier Hat mich der Trailer Sehr überzeugt Und dann auch tatsächlich Der Film Ja So Aufgepasst Es geht um 64 Minutes Was soll das Ich meine okay Es passt zum Film Ja Der Titel passt zum Film Inhaltlich Ja Aber eigentlich heißt der Film Line of Duty Warum Wenn man den schon umbenennt Ja Das sind ja die Deutschen gewesen Dann deutsch man es vielleicht ein Nein Man gibt ihnen einfach einen anderen Englischen Titel Ja Es gibt ja 96 Hours Dann nennen wir den jetzt hier 64 Minutes Ja Denn In 96 Stunden Hat Liam Neeson 96 Stunden Zeit für etwas Hier hat der Held 64 Minuten Zeit für etwas Und was Das werde ich euch jetzt erzählen Also Das Ganze beginnt mit einer Er macht hier Gus Fring mit Wenn ihr Breaking Bad Fans seid Wisst ihr wen ich meine Ja Der Schauspieler spielt hier Irgendwie so einen Polizisten Und dessen Tochter wurde gekidnappt Und jetzt soll die Übergabe stattfinden Die Geldübergabe Natürlich sind das alles Polizisten Die sind auch hier und da Versteckt Undercover Auf Posten Und wollen natürlich den Geiselnehmer festnehmen Statt ihm das Geld zu geben Ja Also sie wollen ihm eine Falle stellen Das geht schief Und der Geiselnehmer entkommt So und Unser Held Ist hier Aaron Eckhart Der da Aaron Eckhart ist meiner Ansicht nach So einer von den Schauspielern Die Zu größeren Berufen sind Finde ich Weil ich Die Filme die ich mit ihm gesehen habe Haben mir alle gefallen Bisher Ja Auch Ei Frankenstein Er ist Frankenstein In Ei Frankenstein Ich mag ja diese Art Filme Ganz gerne mal Ne Aber er hat zum Beispiel auch gemacht The Core Diesen Katastrophenfilm Die finde ich komplett unterbewertet Alle reden von Haa Armageddon Oder Oder Dante's Peak Und 2012 Keine Sau spricht von The Core Da geht es ähnlich ab Ja Aber ja Ja gut Es ist natürlich eine bekloppte Handlung Aber das sind ja bei den meisten Katastrophenfilmen so Sind wir mal ehrlich Und da spielt er eben auch die Hauptrolle Das hat er auch gut gemacht Aber der Film hier 64 Minutes Ist der bisher beste Schauspielerisch Beste Film Den ich mit Aaron Eckhart gesehen habe Die Rolle ist richtig auf ihn zugeschnitten Er hat auch an dem Film Äh Als Produzent mitgewirkt Ja Und Wenn ihr Actionfilm Fans seid Und den hier gesehen habt Werdet ihr mir beipflichten Dass dieser Mann in diesen Rollen In der Art Rollen Viel mehr besetzt werden sollte Ja Denn das hier Ist 90er Jahre Style Oldschool Action Das ist eine richtige kleine Perle Finde ich Dieser Film hier So aber jetzt mal Weiter zur Story Also wie gesagt Der Geiselnehmer entkommt Nach dieser Fehlgeschlagenen Übergabefalle Und Aaron Eckhart Ist einfach nur ein Streifenpolizist Er hat aber auch selbst Ein Trauma So und er hört jetzt über Funk Dass da jetzt jemand Auf der Flucht ist Genau in dem Viertel In dem er auch Zuständigkeit hat Ne Er kriegt aber über Funk Die Anweisung Er soll sich raushalten Das ist nicht sein Ding Er soll einfach die Füße stillhalten Die machen das schon Trotzdem Er hat halt so einen hohen Gerechtigkeitssinn Trotzdem folgt er dem Und es ist eine Sau geile Spannend gemachte Und vor allem Schön Inszenierte Actionverfolgungsjagd Kein blödes Übermäßiges Gewag Ja natürlich Zittel Du hast natürlich Schon diese Actioncam Ja Aber nicht wie bei Ja ihr kennt ja diese Wo du sagst Was soll das Dann lass die Szene weg Wenn man sowieso nur Irgendwelche Streifen erkennt Oder was Ja Hier hier Borne Identität teilweise Ja oder Ja gut teilweise Oder wie gesagt Taken 3 Ne So und Aber hier ist es wirklich Gut gefilmt Wie in so einem Mich hat der Film Von der Stimmung her Das kann ich sagen Ja das kann ich zu Recht sagen Glaube ich Von der Stimmung her Hat mich der Film erinnert An eine Mischung aus Dem Dem dritten Und dem vierten Die Hard So Daraus kann man das so Von der Stimmung her Zusammen basteln Das Ganze So würde ich das Da in die Kategorie Würde ich diesen Film stecken Auf jeden Fall Er schafft es auch Diesen Diesen Entführer Ding festzumachen Der zieht natürlich Eine Knarre Unser Held Der Korb Er schießt natürlich Im Affekt dadurch Dann diesen Geiselnehmer Ha alles gut Ne eben nicht Denn Jetzt taucht Jetzt Übermittelt plötzlich Jemand Drittes Von dem keiner weiß Wer das jetzt ist Eine Videodatei An den Polizisten Dessen Tochter Bei der Einstundenmarke So ziemlich Passiert das Wo der Film Noch so ziemlich Eine Stunde Ungefähr geht Bisschen mehr Vielleicht Das fand ich Schon mal ganz geil Und dann geht es los Jetzt muss er Irgendwie Er schwört Seinem Partner Oder Vorgesetzten Oder was der Gast Fring Nachsteller Da jetzt spielt Schwört er Das wieder gut zu machen Indem er Rechtzeitig schafft Die Tochter Von ihm zu finden Und auch rauszufütten Wer der zweite Typ Da ist Und das alles Erzähl ich Achso Eine Sache noch Eine Sache noch Den Minuspunkt Des Films Muss ich natürlich Auch erwähnen Da ist eine Influencerin Eine Teenie Influencerin Und die Verfolgt das alles Und die Die und ihre Asiatische Freundin Haben sich das Zur Aufgabe gemacht Gegen die Fake News Zu kämpfen Und im Internet Eine eigene Nachrichtensendung Zu machen Wo sie genau Am Puls der Zeit Das zeigen Was die großen Blöden Bösen Mainstream Medien Ja nicht Zeigen Das stimmt Ja eigentlich Machen sie Ja auch Tatsächlich Nicht Wir wissen Ja wie manipulativ Dass das Fernsehen Fungiert Das weiß ja Die ganze Welt Wenn du das nicht Weißt bist du dumm Tut mir leid Ist so Es gibt nicht mehr Es hat kein Gewicht mehr Zu sagen Was in den 80ern Ja Fakt war Was Woher willst du Wissen Ob das stimmt Ja habe ich Fernsehen Nachrichten gesehen Oh achso Okay Ja dann wird es Stimmen Das gibt es Nicht mehr Wenn du das Heute sagst Bist du dumm So ist es Teilweise So Es sind wirklich Fakten wie Ein Schauspieler Ist gestorben An dem und dem Da können sie Nicht rumlügen Im Fernsehen Das kommt ja raus Dann Zu schnell Kommt das Zu leicht Kommt das raus So Ja gut Ich schwach Schon wieder ab Auf jeden Fall Sind da diese Beiden Mädels Ja und die Hören und sehen Dann jetzt Was da so Passiert Weil es eine Spektakuläre Verfolgungsjagd Auch war Und so Und dann Beschließt die Eine von den Beiden Mit ihrer Tragbaren Kamera Loszugehen Und die ganze Zeit diesen Polizisten Jetzt zu Verfolgen Heimlich Und dann Immer zu Filmen Was er so Macht Und bla bla Ja Bei diesem Einsatz zu Begleiten Das fällt Ihnen natürlich Auf Die beiden Stoßen dann Auch aufeinander Und Machen dann Deal Klar Und ja gut Du darfst Mich dann Begleiten So nach dem Motto Aber das Ding ist halt Diese Göhre Ist die Ganze Zeit Ja nicht Die ganze Zeit Irgendwann Hält sie Endlich mal Die Klappe Er sagt ihr Irgendwann Okay Neue Regeln Sagt er ihr Du machst Jetzt was Du machst Jetzt was Ich sage Du bist mir Nicht mehr Im weg Ich höre Von dir Keine Widerworte Mehr Sonst Beenden Die Scheiße Jetzt hier Das hatte ihr Ganz klar Und dann Hält sie sich Auch wirklich Tatsächlich dran Aber bis dahin Ist sie von Jeden zweiten Wort Das er sagt Offended Die ist von Jeden zweiten Satz Den er sagt Getriggert Das ist so ein Richtiges Schneeflöckchen Die alte Und entsprechend Nervig Kann ich Nicht anders Sagen Ja Das war Ein sehr Nerviger Charakter Ja Also wenn Die auftaucht Wenn ihr euch Den Film Gebt Ja Haltet durch Nach so 10-20 Minuten Screentime Gibt sich das Ein bisschen Mit ihr Dann ist es Erträglich Vielleicht habe ich mich Auch einfach dran Gewöhnt Ich weiß es nicht Ja Aber die ist ja auch Nicht die Hauptdarstellerin Und sie ist ja jetzt Nur so der Sidekick Die ihn da so ein bisschen Begleitet Und das ist auch Der Punkt Den ich jetzt meinte Im Vergleich Mit Die Hard 4 Das ist ja auch Bruce Willis Spielt ja jemanden Der mit diesem ganzen Technikgedöns Internet und so Nix am Hut hat Oldschool Mensch Ja Und trifft auf Diese Cybergeneration So man so will Ne Und Dieser Generationskonflikt Da bauen sie dann So ein bisschen Darauf auf Mit ein paar Sprüchen Aber er gibt ihr Auch ganz gut Konter teilweise Muss ich sagen Er kontert sie teilweise Argumentativ auch ganz Nett aus Hier und da Kann man sagen So egal Auf jeden Fall Das ist jetzt Dann Sidekick So wie gesagt Und er will jetzt In 64 Minuten Rausfinden Was da der Hintergrund ist So Achtung Ich spoiler Nach 4 Minuten her Und 4 im Action Gegröße Ja Und einen Wirklich guten Schurken Finde ich Das richtige Mist sagt Du hasst ihn Irgendwann richtig Ja Er will Rache Für den Tod Seines Bruders Dein Bruder Ist ein Kindesentführer Der mit einer Waffe auf einen Polizisten gezielt hat Da gibt es nichts Zu rächen Der hat es verdient Ganz einfach Ne So Und Ihn wollen sie ja nun Fassen Damit sie rauskriegen Wo sich das Mädchen Da befindet Wo sich die Kiste befindet Die langsam mit Wasser Sich füllt So Aber er sagt es einfach nicht So und dann kommt es nachher Im Finale so Und das fand ich ein bisschen Scheiße Dieses Finale muss ich sagen Das fand ich echt ein bisschen Das hätte man anders lösen Also ich hätte es anders umgesetzt Ich hätte es anders umgesetzt Also das ist nachher so ein großes Irgendwie so ein Im Inneren eines Gebäudes Kommt es dann zu einem Finalen Wenn man so will Kampf Ja Und Der Schurke Sagt halt nicht was ist Ne es ist glaube ich sogar das Haus Von dem Von diesem Schurken So Wo die beiden wohnen Die beiden Brüder Also der Schurke ist Der Bruder von dem Erschossenen So Und Im Keller Findet Unser Held Einen Sarg Mit einer Lange schon verrotteten Leiche Und da ist der Punkt At dem Moment Den merkt man Merkt auch diesen Zeitpunkt mal Ja So und Außerdem findet er in diesem Keller Unheimlich viel Sprengstoff Oder Benzin oder was Also im Grunde ist der ganze Keller Eine riesige Falle Eine riesige Bombe Ja So und Über ein Stolperdraht Wäre das normalerweise Ausgelöst worden Er hat aber Diesen Stolperdraht Bemerkt Deswegen konnte er Runter in den Keller Und da rumforschen Und hat da diese Leiche gefunden So Und Ja Jetzt haut natürlich Der Schurke auch da auf Und Es kommt zu einem Kampf Bis rauf aufs Dach Wenn man ja Oder jedenfalls Eine Verfolgung aufs Dach Sagen wir mal so Wo ein Helikopter ist Ich glaube Von den Ja Von den Cops her Wenn man so will Und er bringt erstmal Das Mädel in Sicherheit In diesen Helikopter Und will dann auch Selbst da einsteigen Und damit sie weiter Nach dem Mädel jetzt suchen können In den letzten Minuten Die sie jetzt noch irgendwie haben Ja Und der Arsch Hinter den beiden her Und springt an die Helikopterkufe Es kommt im Helikopter Zu einer kleinen Klopperei So ein bisschen Ja Dann fällt der Schurke Wieder aus dem Helikopter raus Und hängt wieder an der Kufe Und als dann der Held sagt Jetzt sag uns endlich Wo das Mädchen ist Es ist eh vorbei Ne Wenn man so will Weil das ganze Gebäude Ist explodiert Das ganze Ding ist aufgeflogen Ich keine Ahnung Aber sie haben ihn ja im Grunde Ne Sie wissen ja auch Wer er jetzt ist Und so Dann lässt er einfach los Und dann Achso Und wie gesagt Das Gebäude ist mittlerweile Explodiert durch diese Bombe da So Und dann fällt er da irgendwie Wo in das Feuer Von der großen Explosion Er ist dann tot Er sagt ihm aber nicht Der letzte Satz Den er sagt Ist irgendwie Wie war das noch Weiß ich nicht mehr Irgendwie so ein Hinweis Mehr oder weniger noch So Und Daran Erkennt denn jetzt Unser Held Ah Das ist bestimmt Irgendwo auf einem Friedhof Ah Kombiniere Kombiniere Das ist bestimmt Dann Da liegt bestimmt Das Mädchen In dem Sarg Wo vorher die Leiche Im Keller Die im Keller ist Lag Ja Denn Er hat auch noch Im Keller Ein Foto gefunden Mit den beiden Brüdern Und einer jungen Frau Die offenbar die Schwester Von den beiden Brüdern ist So Und dann kommt raus Am Ende Kommt raus Nachdem sie dann das Mädchen Auch gerettet haben Ja Dass der Vater Von dem jetzt geretteten Mädchen Der ist ja auch Polizist Ja Der hat mal Die Schwester von diesen beiden Entführern Irgendwie umgebracht Hat einfach zurückgelassen In einem brennenden Gebäude Weil es eine Kräckhure war Oder irgendwie so War War es ihm nicht wert Sie noch zu retten Oder irgendwie so Und deswegen wollten sie halt Rache Die beiden Deswegen haben sie Eine Tochter gekidnappt Und dann da Haben ihren Sarg Rausgeholt Von ihrer Schwester Und dann da Diesen Glaskasten Reingelegt So Ja So Das ist das Ding Und da Hätte ich mir gewünscht Dass in dem Moment In dem der Kopf Ich nochmal Der Moment Den ihr euch merken solltet Wo unser Held Unten im Keller Die Leiche Und das Foto findet Dass er da gleich weiß Oh Jetzt weiß ich Wo ich hin muss Jetzt weiß ich Wo sich die Das Mädchen befindet Jetzt aber schnell Und dann taucht Der Schurke auf Und dann kommt es Zu einem Schönen Schlusskampf Und nicht dieses Rumgehänge An einer An einer Helikopterkufe Und ich lasse mich Jetzt selbst fallen Ne 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 Jetzt bin ich tot Das fand ich albern Das ist kein Showdown Das hat keinen Impact Für mich sowas Wenn ich so einen Actionfilmreißer sehe Ja Dann will ich am Ende Des Filmes sehen Wie der Held des Filmes Den Arsch des Filmes Killt Das gehört zu einem Knackigen Guten Actionfilm Und 64 Minutes Ist ein guter Knackiger Actionfilm Aber ohne Diesen Showdown Element Ohne diesen Showdown Punkt So Und das ist das Einzige Was mir in dem Film Wirklich überhaupt nicht Gefallen hat Neben der nervigen Weiblichen Göre Die da Jetzt ist halt so ein bisschen Rumzickt Ja Sei es drum Aber gut Ja Das hätte ich anders gemacht Der hätte der Film Knackigeren Showdown gehabt Meiner Ansicht nach Aber gut So Dann Fazit Wie gesagt Wenn ihr auf diese Etwas retroartigere Action steht Ja Gebt euch den Trailer Wenn euch der Trailer Gefällt Gefällt euch auch der Film Das kann man sagen Ja Kann man sagen Äh Jo Ich war unterhalten von dem Ich war sehr gut unterhalten von dem Film Das kann ich wirklich Das kann man schon sagen So Dann kommen wir zum nächsten Film Das ist dann jetzt schon wieder eher etwas Weniger Tempolastig Aber Einfach ein geiler Film Schauspielerisch Von den Charakteren her Und auch die Idee ist nicht schlecht War ein Rewatch Ich hab den lange nicht gesehen Den Film Jetzt hab ich ihn nochmal gesehen Äh Es geht um Hostage Entführt Mit Bruce Willis Einer der letzten starken Bruce Willis Filme Kann man sagen Ja Abgesehen von dem gleichen Defizit Das auch 64 Minutes hatte Aber naja Komme ich jetzt noch zu Also hier dreht sich es darum Bruce Willis spielt einen Unterhändler Bei Geiselnamen Und am Anfang Verliert er bei einer Geiselname Die Geisel Ja Der ist dann ein Typ Der Da dann irgendwie Ein Kind tötet Oder was Ich weiß nicht ganz mehr genau Auf jeden Fall kann er Bruce Willis das Schlimmste Nicht abwenden So So kleine Störung Telefon Kann sein dass da nochmal klingelt Ich habe halt noch einen Anruf Von einem Kumpel Von Söhnke Der hat sich mal wieder gemeldet So nochmal Also Wo war ich Story Ich fahre nochmal mit der Story an So Ähm Also nochmal Bruce Willis ist Ein Unterhändler Der Bei einem Einsatz Verkackt Und dann Ja Er kann das aber auch Er kann nichts dafür Das passiert aber Ja Und er fühlt sich dann schuldig Und übernimmt dann Den Posten als Schief An einem kleinen Kaff In so einer kleinen In so einem kleinen Revier So Er hat auch eine Familie Natürlich Also Ne Hier unser Bruce Willis Ne Unser Held Ganz normal Ja So Und dann So Dann schwenkt die Handlung rüber Zu einer anderen Familie Kevin Pollack spielt hier noch mit Und der spielt hier den Vater von dieser Familie Und das sind irgendwelche Reichen Wohlhabende in der großen Villa Ja Und der lebt da halt eben auch mit seiner Familie Der Typ So Und jetzt tauchen dann allerdings plötzlich Drei Jugendliche auf Und die meinen Och lass mal ein paar Reiche Fertigmachen So Ne Das sind irgendwelche Unterschicht Mittelschicht Was ich nicht Teenager Ja Und die Attackieren dann das Haus da Von diesem Kevin Pollack Dringen da ein Und nehmen die alle als Geisel So Ähm Kevin Pollack kann allerdings Einen stillen Alarm aktivieren Und es kommt eine Streifenpolizistin raus Ja Und der eine von diesen drei Jugendlichen Der ist besonders gewalttätig Zwei von den Jugendlichen sind Brüder Das sind Bruderpaar Und der dritte Der Kumpel von den beiden Brüdern Der ist ein totaler Psychopath Und der ballert diese Polizistin immer einen Haufen Und dadurch wird natürlich auffällig Dass da irgendwas nicht stimmt Und so wird Ja Kommt es halt eben zu dieser Geiselnahmesituation So Bruce Willis Äh Kriegt das alles mit Und weil er ist ja auch der Chief Ist er ja eigentlich auch zuständig Aber er überlässt das Ganze Den Behörden Er überlässt das Ganze Den offiziellen Ähm Ja Für Geiselnahmen zuständigen Institutionen Die dann auch auflaufen Da Ne So Er will damit nichts zu tun haben Das ist mir alles Ne Wurscht Macht mal euer Ding da So aus dem Motto Ne Er gibt den Fall praktisch ab Wenn man so will So Dann allerdings Wird plötzlich Wird er In seinem Auto Aufgesucht Von maskierten Gestalten Die sehr professionell Und bedrohlich Wirkend drüber kommen Ja Unter Der Maske des Anführers Von diesen Arschlöchern Steckt übrigens Kim Coates Der steht in den Credits Du siehst ihn aber nie Ohne Maske wirklich Das finde ich ein bisschen schade Das ist ein guter Schauspieler Den braucht Der könnte ja auch irgendjemanden nehmen Und den ihn eh nicht zeigt Aber ja gut Ja gut Das ist halt so der Anführer Von denen da Ja So Und die Ja die haben Bruce Willis Familie Jetzt mittlerweile als Geisel genommen Warum Was wollen die denn Von Bruce Willis Ne Da ist jetzt eh schon Eine Geiselnahme in den Gange Und plötzlich passiert das Ja es hat einen Zusammenhang Ja welchen Das erzähle ich euch im Spoiler Geht los Der von Kevin Pollack Gespielte Charakter Der hat in seinem Haus CDs Oder DVDs Daten DVDs Die er herstellt Ja Illegal Mit Informationen drauf Und er hat eine CD Das war auch ein Auftrag Da sollte er einfach nur Daten kopieren Auf diese CD und so Und damit verdient er sich halt schwarz Ein bisschen Geld Das ist so eine illegale Aktion Die er dann irgendwie macht Keine Ahnung Und die eine CD Die hat halt Informationen Gegen irgendwelche Korrupten Agent Ähnlich wie bei den Filmen Die wir ja nun auch schon hatten Ne Wieder mal korrupte Agents Die halt eben verhindern wollen Dass sie auffliegen Und die Informationen Die die auffliegen lassen würden Sind auf dieser CD drauf Deswegen wollen sie jetzt An diese CD ran Wie kommen sie an die CD ran Ja normalerweise Können sie einfach das Haus stürmen Da ist ja nur aber gerade Eine Geisennahme Und das ganze Gebäude Ist vom Polizisten umstellt Ja Also wollen sie jetzt Ihn dazu zwingen Wieder den Fall zu übernehmen Und dann ins Gebäude Sich irgendwie rein zu Er ist ja so ein guter Unterhändler Dass er es meistens schafft Ins Gebäude zu gelangen Ja Und dann soll er halt Die CD da rausholen Ja und dazu zwingen sie ihn Sonst töten sie halt seine Familie Das ist jetzt die Ausgangssituation So und darum dreht sich das dann Wie er halt eben dann Jetzt mit den Leuten da verhandelt Mit den Teenagern Ja Und der eine von den dreien Der der Vollpsychopath ist da Der macht sich ja an die Tochter Von der Familie ran Und wird immer psychopathischer Ja Und das eskaliert nachher wie folgt Dieser Psychobengel Killt das Bruderpaar Und übernimmt dann so Die Geiselnahme Führung Auf diese Weise Wenn man so will Ja Und der Spieler ist auch echt widerlich Es ist echt Dieser Drecksbengel Dieser psychopathische Du wartest darauf Und das ist das Das große Defizit dieses Filmes Du wartest darauf Dass Bruce Willis Diesen Wichser in die Hände kriegt Und ihm die Scheiße rausprügelt Ja Kommt aber nicht Nachher fängt er an Das Gebäude in Brand zu stecken Dieses Arschloch Bruce Willis kommt auch ins Gebäude rein Und schafft das dann auch Die Tochter in Sicherheit zu bringen Auch die anderen und so Und der Schweinehund Der wird vorher Also als die ganze Situation eskaliert Sehen sich diese Korrupten Die ja die CD wollen Gezwungen Es geht nicht anders Wir müssen jetzt das Gebäude stürmen Und dann schicken sie einfach Ein paar Leute rein Da ein paar von diesen Maskierten Und die ballern da auch ein bisschen rum Ja und dieser Bengel Wird dann so beiläufig getroffen Dann fällt er auf die Knie Mit einem von seinen Weil er ja gerade das Haus in Brand steckt Mit einem von seinen Molotows Cocktails In der Hand Die fällt runter Direkt vor ihn Und dann verbrennt er Toller Showdown Ist natürlich nicht der eigentliche Showdown Das geht ja noch ein bisschen weiter Bruce Willis muss Soll er seine Familie noch retten Ne Ja und dann kriegt er halt eben raus Wo die sich befinden Und Ne Die kriegt er nicht raus Der wird ja hingebracht Zu deren Versteck Weil er hat ja die CD Die soll er ja übergeben Ne So Und Ne Stimmt nicht Die CD verbrennt Aber er hat ja Kevin Pollack Gerettet Und der hat die Informationen Die auf dieser CD waren Ja in seinem Kopf Damit weiß er ja zu viel Und wenn der jetzt Wenn sie den jetzt hätten Dann ist es Auf jeden Fall gewährleistet Dass keiner mehr von der Korruption Von denen weiß Also will er ihn übergeben Um seine Familie zu bekommen So Allerdings tricksen sie die Gangster Natürlich aus Und Bruce Willis Schmuggelt Kevin Pollack Ne Waffe unter Mit der Kevin Pollack Der Nebencharakter Den Anführer von diesen korrupten Also hier den Kim Coates Erschießt Bruce Willis erschießt Die restlichen Peng 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 Ende Und seine Familie ist dann ja gerettet Ne Und gut Ja Ich finde dieses Finale Sehr 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 Schwach Es hat einen guten Ausgang Ja Ist natürlich auch befriedigend Ne Aber Für einen Bruce Willis Film Hätte ich mir jetzt Einen geileren Showdown gewünscht Tut mir leid Aber ja Da bin ich halt wieder Wahrscheinlich sehr eigen Ich weiß nicht Ich mag es halt wirklich Wenn nur einen großen Wenn ein Actionfilm Sich immer mehr steigert Und zu einem spektakulären Coolen Showdown Gipfelt Ja Gut Nächster Film Ja Jetzt kommt ein Film Den ich ja neulich erst bekommen habe Ich hab ein Kloß im Hals Ich hab nichts zu trinken hier Ich hab mich nicht vorbereitet Ich Idiot Naja egal Das ist ein Film Den ich Ich hab den jetzt das zweite Mal erst gesehen Und beim ersten Mal Bin ich mit einer so geringen Erwartung Darangegangen Dass ich ihn richtig geil fand Versteht ihr wie ich das meine? Es gibt einen Film Alle füllen scheiße Alle füllen Du hörst nur Oh ist das ein Scheiß Mit dem Schauspieler war es das jetzt Da kommt nichts mehr Nur noch Schrott Der ist jetzt abgestiegen In das unterste B-Movie-Milieu Da kommt jetzt nie wieder Irgendein guter Film Der war jetzt Ein Gewester Der Schauspieler Die Karriere von dem Ist hiermit Mit diesem Film Beendet Ja und so konnte man lesen bei Oder hab ich von vielen Leuten gehört Bei Sabotage Hab mir den angeguckt Na gut Dann guckst du dir jetzt mal Arnold Schwarzen Eggers Abstieg an Und dachte mir nur Wo ist das Problem? Weil er jetzt hier nicht Den strahlenden Terminator-Helden spielt? Oder was? Denn hier spielt Arnie Einen Anti-Helden Ja Und er spielt das Fucking gut Punkt Könnt ihr mir sagen Was ihr wollt? Ja Alleine die letzten Minuten Des Filmes Hat es sich gelohnt Den Films anzugucken Auch schauspielerisch Aber da komm ich dann noch zu Im Spoiler Also worum geht's? Arnie leitet eine Ja Spezialeinheit Ja Und die heben Ein riesen Drogengeld Oder irgendwie sowas Nest aus Wo unheimlich viel Geld gelagert ist Gangstern Moneten Weiß ich jetzt nicht Ob das jetzt irgendwie Von Waffenhandel kam Oder von Drogenhandel Ist auch egal Ja Also Böses Geld Ja Das heben die halt aus Dieses Lager Wenn man so will Und Er und sein Team Schaffen sich schön Zehn Mille Beiseite Zehn Millionen Also das sind mehrere hundert Millionen Die da lagern Das siehst du auch Ja Und er holt sich da Oder die Die aus seinem Team Holen sich da Zehn Millionen Beiseite Damit sie Sich ein schönes Leben machen können Das sind also alles Korrupte Auch Arnie So Wisst ihr gleich Bescheid Wir haben es also In dem Fall nicht Mit einem sympathischen Hauptcharakter zu tun Und das ist der Punkt Den ich bei 21 Bridges meinte Der Held in 21 Bridges Sollte eigentlich generell Per se Sympathisch sein Er ist Polizist Ist der Held des Films Hier haben wir es allerdings Mit einem Arschloch zu tun Ein korrupter Bastard Arnie ist hier ein korrupter Sack Aber er ist trotzdem sympathisch Von der Art her Wie er rüberkommt Wie er mit den Leuten umgeht Wie er interagiert Wie er sich verhält Und so Er ist einfach sympathisch Ne Das ist das was ich meine Was mir bei 21 Bridges Irgendwie fehlt Tut mir leid Aber ja gut So Also Die schaffen diese 10 Mill Beiseite Indem sie es durch das Klo In die Kanalisation runterlassen Das Geld In so Plastikbeuteln Einzelnen Da wollen sie es dann später holen Als sie dann später da auftauchen Ne In der Kanalisation An der Stelle Ist das Geld weg Also ja Und nun Scheiße Natürlich fällt es auf Dass 10 Millionen fehlen Dann Ne Aber Ja Wo kein Täter Da keine Anklage Ne Es gibt ja kein Geld Das wird ja nicht gefunden Bei den Also man geht davon aus Weil die einzigen die da waren Das ist dieses Team gewesen Von alles Also müssen sie das Ja genommen haben Die haben aber alles von denen Irgendwie durchsucht Und alles da irgendwie ermittelt Aber die haben nirgendwo Geld gefunden Da nirgendwo Geld gefunden wurde Können sie die auch nicht anklagen Also Ja Werden sie wieder in ihrem Job Ganz normal gelassen Dieses Team Ja So Und jetzt geht es los Plötzlich Wird einer Nach dem anderen Aus diesem Team Abgeschlachtet Umgebracht Von irgendjemandem Irgendjemand fängt plötzlich an Systematisch Einen nach dem anderen Von diesen Teammitgliedern Da Umzubringen Ähm Ja Und was steckt dahinter Ja das erzähle ich euch jetzt So Man kann jetzt natürlich vermuten Joa das wird wohl derjenige aus den Irgendeiner aus dem Team Hat wahrscheinlich dann Dafür gesorgt Dass er selbst die Kohle kriegt Alleine Sich das vielleicht vorher schon geholt Bevor sie sich hier getroffen haben Oder was Keine Ahnung Und jetzt will er seine Mitwisser Alle ausschalten Damit er das Geld schön für sich alleine behalten kann Und ihm auch keiner auf die Schliche kommen kann Weil dann ja nur noch er Von dem Ganzen weiß So ist es aber nicht Ja Es kommt mal heraus Dass da Da ist so eine Alte In diesem Team So eine So eine Hässliche Schlampe Tut mir leid Tut mir leid Ich weiß nicht Ob es Menschen gibt Die diese Frau schön finden Ich weiß es nicht Wenn ja Ja Ist alles Geschmackssache Ich hab dann wohl keinen Geschmack Ja Aber ich find die Poten hässlich Die Alte Meine Fresse So und die steckt dahinter Die hat eine Affäre Mit einem aus dem Team Eigentlich hat sie sogar Eine Beziehung Mit einem aus dem Team Aber wiederum Mit einem anderen aus dem Team Hat sie halt eine Affäre Ja Und die beiden stecken dahinter Die wollen sich mit der Kohle absetzen Ja Aber die haben die Kohle aber nicht Deswegen Suchen sie Nach und nach Einen nach den anderen Von den Teammitgliedern In deren Häusern auf Schlachten die ab Und durchsuchen das Haus dann Finden aber dann ja nichts Das machen sie mit einem Nach dem anderen Bis sie das Geld haben Weil sie sich fest überzeugt Den einer aus dem Team Wird das Geld haben Und jetzt Morden sie sich schön Durch jeden Den sie da irgendwie verdächtigen So Ja So und das kriegt Arnie Nachher am Ende raus Da ist übrigens auch So eine Ermittlerin dabei Die ist dann so Sein Sidekick Die ermittelt halt In dieser Mordsache Die da jetzt läuft So Und die und Arnie zusammen Kriegen das raus Und da kommt es Zu einem Showdown Eine kleine Autoverfolgungsjagd Der Typ fährt Und sie sitzt hinten im Kofferraum Und ballert auf das Verfolgerauto Was bei rasanter Fahrt Vom Kofferraum aus Ja nicht wirklich Einfach ist Deswegen verfehlt sie Natürlich die meiste Zeit Außerdem ist die alte Ehe scheiße Also ich kann mir nicht Vorstellen dass das Jetzt irgendwie Daran liegt Dass das jetzt eine Top ausgebildete Sniper Scharfschützin wäre Aber ja gut So Auf jeden Fall Am Ende dieser Verfolgungsjagd Crasht der Wagen Wobei der Fahrer Sofort stirbt Die alte Ist schwer verwundet Liegt hinten drin Im Kofferraum Arnie geht auf sie zu Und fragt sie Was das alles sollte Warum hat sie das getan Er will von ihr wissen Warum sie die Leute Alle umgebracht hat Dann erzählt sie ihm halt Und dann sagt Arnie Das Geld hatte die ganze Zeit Ich Und dann erschießt er sie So und dann Dann geht er weg Und dann fragt sie Ja okay Er hatte also die ganze Zeit Die Kohle Warum denn Und dann kriegst du Seine Motivation raus Es wurde auch schon Während des Films gestreut Die Informationen dazu Der Charakter den Arnie spielt Der hatte mal eine Familie Und diese Familie wurde Von irgendwelchen Bastard-Mexikanern Gekidnappt Gefoltert Und getötet Wenn du halt Gegen das Drogenkartell kämpfst Ja dann kann es schon mal sein Dass du jemandem so Auf den Schlips tritt Dass er sich an dir rechen will Indem er seine Familie abschlachtet Und dir schön davon Die Informationen als Videos Zukommen lässt Das ist passiert Aber er weiß nicht Wo er den Täter findet Er weiß nicht Wo sich der Mörder Seiner Familie aufhält Das möchte er unbedingt wissen Er will unbedingt Den Tod seiner Familie rächen Den Tod seiner Frau Vor allem Ja Unbedingt Das ist Da würde er alles für tun Auch 10 Millionen Dollar bezahlen Und das macht er Er bezahlt Die 10 Millionen An einen Typen Der wohl zu diesem Kartell gehört Oder was Und dann verrät er Den Täter Wenn man so will Und dann kommt er zu einem kleinen Showdown in der Bar Da holt er sich die alle Und bringt sie auch Recht blutig um Fängt sich aber auch Selbst eine Kugel ein Dann setzt er sich hinterher An die Bar Nimmt noch einen letzten Drink Und dann siehst du halt Irgendwie dann langsam Wo sterben wird Weiß ich nicht Und das Gesicht Das Arnold die ganze Zeit Dabei macht Ja Da würde mir mal einer erzählen Dass der Typ nicht Schauspielern kann Also Ja ich weiß nicht Ich weiß nicht Warum die Leute Diesen Film so abwerten Ich weiß es nicht Ich krieg's nicht Ja okay Der hat einen Ostblock B-Klopper Look Das passt natürlich nicht Zu einem Arno Schwarzenegger Vielleicht Trotzdem ist der Film Deswegen interessant Unterhaltsam Hat gute Charaktere Nettes Finale Ich weiß es nicht Ich finde ihn gut Der Film So Nächster Film Wenn wir mal langsam Hier fertig werden Wie weit bin ich denn schon Von der Laufzeit Achso Ich hab den schon mal geschnitten Ach das ist jetzt auch geil So Wie ein blöder Hier Ne Naja So Wie viel haben wir noch Bup Vier So Kommen wir zum nächsten Das ist Sky Scraper Ich hab hier dieses Steelbook Wo man überhaupt nicht erkennt Was es ist Ja gut okay Auf dem Spine sieht man es Naja immerhin Ähm Mit The Rock Und das ist jetzt So ein bisschen Der gegenteilige Fall Den hatte ich nämlich Actionlastiger In Erinnerung Was Die Kampfszene angeht Ich hab viel mehr gedacht Dass das So Die Hard Momente gibt In denen er da Die Typen alle platt macht Nö Nur im Finale Kommt da so ein bisschen Handfeste Action auf Skyscraper ist eine Mischung Aus Also erstmal Ist das ein No Brainer Erwartet hier keine Keinen tiefgründigen Plot oder irgendwas Ja Es ist einfach ein Schön gefilmter Pompös Aussehender Blockbuster Aussehender Hollywood Kracher Mit einem Supersympathischen The Rock Ja Und Vielen Guten Tricktechniken Finde ich Ja Vielen Sehr vielen Spannungsmomenten Und Auch einem Ganz guten Finale Finde ich Ja Hatte ich spektakuläre Erinnerungen Aber war okay Ne Zu dem Gegenteil Dazu kommen wir auch noch Nachher Aber gut Also von wegen Ich hatte spektakuläre Erinnerungen War aber jetzt Nur okay Hatte ich Da kommen wir doch Zu dem umgekehrten Fall Aber gut Beim anderen Film nachher Man kann sagen Skyscraper ist eine Mischung Aus einem Katastrophenfilm Und so ein bisschen Die Hard Elemente Ja So Worum dreht sich das Am Anfang Sieht man The Rock Gehört ebenfalls Zu einem Special Forces Team Oder was Wieder eine Geiselname Auch Ja The Rock Soll dann Irgendwie Die Stürme Irgendwie Den Laden Ja Und der Typ Der da So eine Kinder Als Geisel nimmt Er hat eine Hat eine Sprengladung Um den Bauch Und zündet diese Und der ganze Laden Explodiert Dabei verliert The Rock Eines seiner Beine Und hat hier die ganze Zeit So ein Metallprothesenbein Das finde ich schon Eine ganz geile Idee Ja Und ich finde es auch Ganz cool Mal so einen Helden zu sehen Der so eine richtig Krasse Verwundung hat Und das hat Und man nutzt diese Idee Auch aus Also dieses Bein Kommt auch zum Einsatz Wie? Ja Ich muss ja nicht Alles spoilern Das ist ganz gut Eine ganz gut Coole Idee so Insgesamt Finde ich Und ja Jetzt fängt er halt eben an Als Sicherheitsmann Im höchsten Wolkenkratzer der Welt Das ist die Neueste Das neueste Weltwunder Ja Da ist irgendwie so ein asiatischer Konzern Ja Das ist glaube ich auch wieder Eine asiatisch Hollywood Co-Produktion Die Chinesen müssen die Amerikaner Ja immer lieb haben Und so Deswegen muss der Film Natürlich auch auf beiden Kontinenten wunderbar funktionieren Und auch alles schön PG-13 Der ist auch nur ab 12 Der Film Ich weiß Das ist mir so scheißegal Wenn mich der Film unterhält Das ist mir egal Welche Länder da Welche Länder knutschen Ja sollen sie doch So schön wenn sie sie lieb haben Lieb haben ist doch was gut ist Oh mein Gott Egal Auf jeden Fall Ähm Da ist halt eben dieser asiatische Konzern Und die bauen halt diesen riesen Wolkenkratzer Und Oben auf diesem Wolkenkratzer Ist eine riesengroße Kugel Sieht aus wie ein gigantischer Tennisball Wenn du da reingehst Da sind ganz viele Da fahren aus dem Fußboden So komische Komische Monitore hoch Oder so Und auch so Auch wenn die runtergefahren sind Kann die ganze Kuppel Von allen Seiten Wie so ein einziger Fernsehmonitor Aktiviert werden Und Du kannst da die fantastischen Bilder drauf machen Und keine Ahnung Ja Es wird auch alles gezeigt Das ist auch alles ganz beeindruckend gemacht Und so So Das ist so die Attraktion Des Gebäudes So Und dieses Gebäude soll jetzt In Betrieb genommen werden Er soll halt eben die Sicherheit Da abchecken Er ist der Sicherheitschef Des Gebäudes Das ist sein Job Und seine Familie Darf da auch zeitweise Jetzt erstmal drin Während der Während der Eröffnung Auch wohnen In diesem Gebäude Ich weiß nicht ob die da Ich hab das nicht ganz verstanden Ob die da jetzt wirklich Richtig fest wohnen sollen Er ist ja sicherheitsmann In dem Gebäude Und dann krieg ich auch eine Wohnung da Oder ob die da Irgendwo anders wohnen Und dann hin und wieder mal Er fährt immer zur Arbeit Das habe ich jetzt nicht ganz Ist auch egal Auf jeden Fall ist seine Familie In diesem Gebäude Ja So So und dann Also den Job übrigens Vermittelt bekommen Hat er diesen Job Von einem Kumpel Der da ein bisschen Einfluss hatte So So und dann geht das los Plötzlich Kommen irgendwelche Dubiosen Gestalten In dieses Gebäude Und Legen Feuer Und dann fragst du dich Hä Warum Was ist da los Was soll das Dummerweise ist die Familie Von The Rock In einem Stockwerk Über diesem Feuer Also das Feuer Breitet sich ja nach oben aus So Und eigentlich hat dieses Gebäude Erfährt er auf diese Weise auch Ja Dass da eine Familie Ja noch im Haus ist Die sollte da eigentlich Gar nicht sein Da war eigentlich was geplant Die wollten irgendwie Unterwegs sein Den ganzen Abend Aber der kleine Junge von ihm Der ist Allergiker Und Asthmatiker Und das ging irgendwie nicht Deswegen mussten sie Zurück in die Wohnung Oder irgendwie so war das Also sie sind Wieder erwarten In dem Gebäude Das hatten die Auch die Terroristen Da nicht geplant Dass da jetzt eine Familie Noch ist Ist denen aber egal Muss man dazu sagen So und jetzt tut er alles Um in dieses Gebäude Zu kommen Und das sieht man ja Hier auch Er ist ja nicht im Gebäude Während das alles passiert Und von einem Kran aus Springt er Das ist eine der Übertriebensten Action-Szenen In diesem Film Aber es macht halt Spaß Wie gesagt Gehirn aus Film an So ein Film Ist das hier Und Ja Der ist einfach Fun pur Der Film Auf jeden Fall Schafft er es ins Gebäude Und begegnet natürlich Auch den Typen da Den Da Den Arschlöchern da So und Der Der Erbauer des Gebäudes Ist auch vor Ort Auch im Gebäude Und den wollen sie Irgendwie haben An den wollen die rankommen Diese Schweinehunde Die da auftauchen Ja Er hat nämlich Einen USB-Stick Mit Informationen So Und den Den Stick Den wollen die haben So Und welche Informationen Sagt ich euch nachher im Spoiler Auf jeden Fall Sperrt sich Dieser Asiate Der Erbauer des Gebäudes In seinem Apartment ein Das gelingt ihm Sich da einzusperren So Ja Und jetzt Da diese Gangster Ja schon Rausgefunden haben Dass die Familie Noch in dem Gebäude ist Von The Rock Ja Sagen sie ihm Kidnappen sie diese Familie Oder Wollen sie kidnappen Ich weiß gar nicht mehr Auf jeden Fall Soll jetzt The Rock Irgendwie einen Weg finden In dieses Apartment Zu kommen Und Diesen USB-Stick Zu den Gangstern bringen Wenn man so will Alles andere ist dann jetzt Spoiler Ob ihm das gelingt Und wie und was Egal Also Ja Natürlich Gelegt ihm das Auf eine spektakuläre Weise Schafft er es an einen Terminal Im Inneren einer Turbine Zu kommen Und von da aus Terminal nicht Da ist so ein Elektro Da muss man nur ein Kabel Durchtrennen Und dann öffnen sich Türen wieder So Da geht er in diesen Raum Rein da In dieses Apartment Von dem Asiaten Und wird dann von dem Erstmal direkt bedroht Dann erkennt er ihn Natürlich wieder Und dann kommen die Ins Gespräch Und dann erzählt der Typ halt Dieser Erbauer Dieses Gebäudes Der wurde einst erpresst Dieser Oberarsch Der dieses Team anführt Der Ja Der ist halt so ein Terrorist Der gerne reiche Einflussreiche Leute Irgendwie erpresst Und von denen Schutzgelder nimmt Ja Und dieser Asiate war Dumm genug Ihn schön regelmäßig Zu bezahlen Und ordentlich Horrende Beträge Auf dessen Konto Zu Überweisen Damit er ihm nicht Bei seinen Bauarbeiten In die Quere kommt So Also Schutzgelderpressung Wenn man so will So ein bisschen Entweder du Bezahlst jeden Monat Einen Betrag an uns Oder wir kommen hier hin Und sabotieren deinen Bau Springen hier alles in die Luft Oder brennen das alles nieder Oder irgendwie so Ja So Allerdings hat der Asiate Das Gebäude gebaut Also der Gebäudeerbauer Nenne ich ihn jetzt mal Der war halt schlau genug Diese Kontos zu verschlüsseln Oder irgendwie irgendwas Ja Und nach einiger Zeit Und nach einiger Zeit Wird das Geld einfach Wieder runtergezogen Das ist wieder weg Oder irgendwie so Außerdem Ist ihm über Die ganzen Transaktionen Ist dem Typen gelungen Sämtliche Daten zu finden Von Namen Die auf der Gehaltsliste Dieses Gangsters stehen Also sämtliche Korrupte Die Geld abgeben An diesen Arsch Sind ja auch Polizisten Wahrscheinlich dabei Und hast du nicht gesehen So und Diese Liste ist auf diesem USB-Stick Die wollen die haben So Da wollen die halt eben rankommen Das ist eigentlich Auch wieder alles So und dann kommt es Dann nach einigen hin und her Und Hackmack Und Familienrettungsversuchen Und bla 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 Kommt es dann zu einem Showdown In dieser riesengroßen Kugel Oben auf dem Dach Dabei wird Da ist dann noch Das erste Mal Handfeste Action Alle andere Action Ist auch da Aber es ist alles so Katastrophen Ich rette meine Familie Vor irgendwelchen Unglückenden Action Ja Keine Schießereien Oder Kämpfe Oder so Das fehlt mir generell Bei dem Film Es gibt keine Faustkämpfe Du siehst einen Film Mit The Rock Und er haut Keinem einzigen Ordentlich auf die Fresse Das ist auch ein bisschen schade Nicht so wie man sich Das wünscht zumindest Auf jeden Fall Gibt es einen großen Shootout nachher Oben in diesem Raum Und diese ganzen Monitore Fahren hoch Und das müsst ihr euch So ein bisschen vorstellen Wie bei Total Recall Ein so Monitor Ist halt so groß wie ein Mensch Von der Höhe her auch Und ist ein komplettes Bildschirm So diese Monitore Die können nicht praktisch Wie so ein Spiegelkabinett Müsst ihr euch das vorstellen Sieht das dann aus Ja Und die fahren alle hoch Und geben jetzt Die ganzen verschiedenen Herumlaufende Leute wieder Und das ist dann So ein bisschen verwirrend Aber ganz nett umgesetzt Und am Ende des Ganzen Schnappt sich dieses Oberarschloch Die Tochter von The Rock Und bedroht sie mit einer Knarre Und The Rock steht dann auch Vor ihm Und sagt dann auch Du bekommst was du willst Hier ich hab den USB-Sticks Ich geb ihn dir Aber gib ihm meine Tochter Tu ihr ja nix und so Und dann sagt The Rock Aber eine Sache Solltest du noch wissen Also Ja ihr müsst euch das so vorstellen Da ist ein Loch im Boden In dieser Kugel Das ist durch eine Granate entstanden Die einer gezündet hat So Und vor dem Loch Steht der Schweinehund Mit dem kleinen Mädchen Und sagt ihm Wenn du mir den Stick nicht gibst Dann stoß ich sie in die Tiefe Auf der anderen Seite des Lochs Steht The Rock Mit dem USB-Stick Ihm gegenüber Ja Und sagt ihm Okay Aber tu meiner Tochter nix Ich geb dir den Stick Aber eins sollst du noch wissen Und sagt der Schweinehund dir Was denn Ich steh hinter dir Also was er Jetzt hat er anguckt Der Schweinehund Das ist nur eins von den Monitoren Der The Rock spiegelt Dann dreht er sich natürlich Erschrocken um Aber den Moment nutzt er The Rock Und kickt den Schweinehund weg Und dann stürzt er in die Tiefe Kann er gerade noch So eine Tochter Halt eben nach hinten greifen Und dann siehst du Wie er in den Tod Stürzt der Oberarsch Auch kein richtiger Schlusskampf In diesem Sinne Aber beim befriedigenden Abgang für das Arschloch War es trotzdem Also Skyscraper Ist halt Blockbuster Ware Ab 12 Aber ich mag den Film Ich mag so Filme Mit diesem Look So diese Feel Good Actioner Diese harmlosen Ist ja schon harmlos Feel Good Actioner Kann man sich auch mal geben Ich mag solche Filme Auch ganz gerne mal So Jetzt kommen wir Zum Trio Infernale Die letzten drei Einem Klassiker Einem neuesten Teil Eines Klassiker Franchises Und einem Film Nämlich Ja da komme ich Ja da komme ich Dann auch mit dem Schluss zu Also erstmal der Klassiker Van Damme Sudden Death Lange nicht gesehen Endlich mal wieder rewatched Schöner Film Ja Das hier Ist ein schöner Action Film Ist ein Die Hard Rip Off In einer Eishockey Halle Ja Ihr seht ja hier Diese explodierende Kuppel da Da Ne Das ist das Stadion Das Eishockey Stadion Mit geschlossenem Dach Nachts Und da ist halt gerade Ein ganz wichtiges Eishockey Spiel Van Damme Ist ein ehemaliger Feuerwehrmann Der jetzt aber nur noch Als Sicherheitsmensch Auch arbeitet Eher wie Ähnlich wie Skyscraper Und er arbeitet halt Eben als Sicherheits Spezialist Da in diesem Eishockey Stadion So Und deswegen Hat er Einfluss Und kann Kostengünstig Karten kriegen Er lebt in Trennung Mit seiner Frau Aber er hat natürlich Besuchsrecht für seine Kinder Und er möchte seine Kinder Gerne mitnehmen Ins Stadion Er weiß Die stehen beide auf Eishockey Die beiden kleinen Sohn und Tochter Und der möchte ihnen Freude machen Und mit denen In dieses Spiel In dieses wichtige Finalspiel Was es da ist Gehen Das große Eishockey Finalspiel Keine Ahnung So Ja und das machen sie dann auch Problem Ja natürlich Wie in Die Hard üblich Tauchen da ein paar böse Buben auf Und nehmen da die Leute Als Geisel Denn in einer Oben gelegenen Lounge Kabine Weiß nicht Ja beobachten das Spiel Auch einige Politiker Vor allem ein Einflussreicher Politiker Ja und die Wichtigen Leute da oben Die wollen die Die Gangster als Geisel nehmen Und verlangen eine Unglaublich hohe Summe Geld Die nach und nach Auf verschiedene Konten Überwiesen werden soll Sollte das nicht Rechtzeitig passieren Sprengt er das ganze Stadion in die Luft Er hat überall An verschiedenen Wichtigen Stellen Tragenden Stellen In dem Gebäude Sprengladungen verstellt Die er dann zünden wird Wenn das Spiel Endet Mit dem Abpfiff Und das Geld Ist nicht ganz überwiesen Dann sprengt er den ganzen Fucking Laden In die Luft Das Das Hat er vor Der Arsch Power's Booth Spielt den übrigens Ne So Zu Power's Booth Kurz hier Zur damaligen Zeit Ne Äh Ihr kennt ja auch Mit Van Damme Street Fighter Ja Ich hätte mir Power's Booth Als Beisen gewünscht Vom Gesicht her Aber gut So Ähm Auf jeden Fall Kommt es dann zu Äh Der Tatsache Dass unser Held Äh Ja Seine Kinder Ja Verliert Kann man nicht sagen Die Kinder sitzen Auf ihrem Platz Ja Während das Spiel läuft Und fangen an zu streiten Und dann haut die Kleine ab Der Bengel spritzt ihn mit der Wasserspritzpistole nass Und die Kleine haut ab Will zu ihrem Papa Ne Will jetzt ihren Papa suchen So Und er kommt zum Platz zurück Um zu gucken wie es den Kids geht Ja Und sieht halt Die Kleine ist weg Schimpft seinen Bengel aus Du bleibst jetzt hier sitzen Und egal was passiert Und wenn die ganze Scheiß Der ganze Laden hier einstürzt Du bleibst hier auf dem Platz sitzen Sagt er zu ihr Äh Zu ihm Und dann sucht er jetzt seine Tochter So Ja So und auf diese Weise Kriegt Kriegt Van Damme halt eben mit Dass da Ja Terroristen unterwegs sind Da ist zum Beispiel dieses Maskottchen Der eine Eishockey-Mannschaft Ist ein riesen Pinguin Ja Und die Frau Die den Pinguin normalerweise spielt Wenn man so will Das Maskottchen spielt Deren Leiche Findet er zum Beispiel Ja Und das ist dann auch Eine der geilsten Szenen Äh Van Damme im Kampf Gegen einen riesen Pinguin Ja In einer Küche Also es ist auch eine Frau Die diesen Also eine Äh Terroristin Ninninninninninn Ja Unter dem Pinguin-Kostüm jetzt Und gegen die Kämpfe Hat eben einen längeren Kampf auch Und Das ist eine der geilsten Kämpfe des Filmes Finde ich Auch der Abgang ist gut von der alten Generell finde ich Schön an diesem Film Dass hier eben nicht passiert Was bei 90% Der bisherigen Actionfilme Die ich jetzt hier auf diesem In diesem Video gesprochen habe Passiert Peng tot Peng tot Peng tot Nein Hier bei Suddenbergs ist es so wie ich es liebe Jeder Einzelne von diesen Terroristen Meistens Oder die meisten von diesen ganzen Terroristen Ja Die werden nicht einfach nur eben Beinläufig irgendwie in der großen Schießerei Kurz erschossen Ja Jeder Einzelne hat seinen richtig Einzelnen geilen Speziellen Abgang Und das hat mir richtig gut gefallen Ja So Ab hier ist es was persönliches Für Van Damme Und er beschließt jetzt endgültig Da mit den Arschlöchern aufzuräumen Und als erstes Will er die Sprengsätze finden Und entschärfen Ob ihm das gelingt Oder nicht Was noch so passiert Dann erzähle ich euch im Spoiler Also Zunächst Kann er Die Behörden informieren Über das was da läuft Ja Also er kann halt Über diese Geiselnahme Berichten Wenn man so will Nach draußen Ähnlich wie bei The Heart auch Allerdings ist hier der Unterschied Einer der Der Zuständigen Hängt mit den Arschlöchern Zusammen Sidney Poetier Spielt den glaube ich Wenn ich das richtig gesehen habe Oder wer war das Oh Ob ich den Namen jetzt lesen werden Können werde Nein War wohl doch ein anderer Ist ja auch egal So auf jeden Fall Ja auch der Hängt mit denen zusammen Und das Kriegt Van Damme natürlich auch raus Und auch der kriegt dann seinen geilen Abgang Die kriegen alle richtig gut Ihr Fett hier So und das Ganze Endet dann auf dem Showdown Oben auf dem Dach Der Kuppel des Stadions Der Schweinehund versucht Also nachdem Van Damme ist Sieht richtig langsam kommen Ich stürze hier gerade Mit meinem Helikopter in den Tod Und dann explodiert der ganze Scheiß Das ist alles vorbei Dann geht man damit zu seinem Sohn Der als einziger noch im Stadion sitzt Die anderen verlassen ja Fluchtartig den Laden Nachdem da die Scheiße durch den Medellator anfängt Zu fliegen Und ja aber Ich bin sitzen geblieben Auch als alles eingestürzt ist Also er hat die Terroristen am Ende platt gemacht Alle Eine Bombe hat er nicht entschärfen können Ja die explodiert auch noch Also da wird Während dieser ganzen Panik da Passiert das noch Und Das kleine Mädchen Also seine Tochter konnte er natürlich auch retten So also Sudden Death Meiner Meinung nach Wenn ich das mal so richtig überlege Eins der Best Wenn nicht sogar das Beste Die Hard Rip Off Das ich so kenne Ja Würde ich fast sagen Ich mag auch Point Blank Mit Mickey Rourke Und Danny Trejo Den ja keiner kennt Den Film irgendwie Oder kaum einer Ist auch ein sehr gutes Starkes Die Hard Rip Off Finde ich Aber so von den Bekannteren Ist Sudden Death für mich Das Beste Die Hard Rip Off Meiner Meinung nach Platz Nummer 2 Rambo Last Blood Rewatch Ich habe ihn bisher ja auch nur einmal gesehen Im Stream Bei meinem Papa War doch Stream War doch Stream oder Ich glaube wir waren im Stream Ja Und ja Jetzt habe ich ihn ja hier im Steve Book bekommen Und dann habe ich ihn jetzt Rewatched So Die Beispiel Ich weiß nicht Das ist auch so eine Sache Die ich nicht verstehe Warum die Leute immer Rambo mit Terminator verwechseln Ja und John Rambo für eine unverwüstliche Unkaputtbare Unbesiegbare Kugelsichere Atombombensichere Atombombensichere Kampfmaschine erhalten Ja es ist ein Vietnam Veteran Mit Vietnam Trauma Der zum Töten geboren ist Das ist alles Und das einzige Und der Tod umgibt ihm Und folgt ihm überall hin Auch auf eine Ranch Denn hier spielt Rambo 5 Last Blood So also Wenn ihr Rambo 4 gesehen habt John Rambo Ja Dann wisst ihr ja Am Ende in der letzten Szene Geht er ja zu dieser Ranch seines Vaters So Dieser ist aber nicht mehr da Also hier in diesem Film Machen nicht Rambos Vater mit Ja So das erste Defizit Das viele ja auch nennen Ist die Synchro Denn Thomas Danneberg Ist hier nicht mehr dabei Stattdessen wird er wieder Stellung wieder gesprochen Von Jürgen Prochnow Der das ja schon in Rocky getan hat So In den ersten Szenen Siehst du halt wie John Rambo Da so ein paar Leute rettet Bei so einem Bei so einer Sturmflut Oder was das da ist Ja Und da Ruft er laut Und ich finde Jürgen Prochnows Stimme Hier in dem Film Recht passend Aber nicht Wenn er laut ruft Das passt nicht mehr zu Stallone Finde ich Da fehlt dieses Brummige Behrige Bassige In der Stimme Das fehlt Jürgen Prochnow In den ruhigen Passagen Wenn er bedrohlich ruhig spricht Passt Ist okay Ja Bisschen kratzig Bisschen arg knatzig Bisschen arg alt Klingt die Stimme Finde ich Ja Aber Sly ist ja auch schon alt Ja So Also Er lebt jetzt auf dieser Farm Sein Vater hat da gelebt Ist wohl offenbar Was ich nicht Tod Das wird nicht genauer gesagt Ja Auf jeden Fall lebt da noch Die Haushälterin Mit ihm zusammen Ja Und dessen Enkelin Kommt dann und wann Zum Besuch Über Jahre hinweg Zehn Jahre wohnt er da Lebt er da jetzt schon Und diese Kleine Diese Diese Enkelin Der Haushälterin Ja Die ist für ihn mittlerweile Wie eine Tochter Die hat natürlich Einen eigenen Vater Aber der hat sie verlassen Der ist irgendwann Abgezischt So Was mit der Mutter ist Weiß ich nicht Keine Ahnung Achso ne Die Mutter von ihr ist gestorben Das sagt er ja nachher Sorry Na gut Die Mutter ist halt gestorben Und dann ist Daraufhin ist der Vater Dann abgehauen Und hat seine Tochter Praktisch zurückgelassen So Lange Rede Kurzer Sinn So eine Tochter Erfährt halt Von einer Freundin Irgendwo in Was ist das da Mexiko Ja Die hat rausgefunden Wo ihr Vater lebt Der ist ja nach Mexiko Abgehauen Über die Grenze Und Jetzt Weiß Die Freundin Der Der Ja Was ist denn die Man kann ja nicht sagen Von Rambos Tochter Rambos Nichte Kann man auch nicht sagen Oder Das ist Oder ist das die Nichte Achso Geil Die kriegen die auf die Reihe Ja Die erfährt hat von ihrer Freundin Wo der Vater ist Und will der jetzt hin So Rambo redet ihr aber davon ab Ne Dein Vater ist ein schlechter Mensch Er hat dir sehr weh getan Er hat dich auch verlassen Es macht keinen Sinn Da hinzufahren Aber sie will das Sie will unbedingt von ihrem Vater Selbst hören Warum er sie verlassen hat So Auch die Haushälterin Also auch die Die Großmutter von ihr Redet ihr davon ab Lass das Mach das nicht Kind Bleib hier Es ist nicht gut das zu tun Oder warte zumindest Bis du noch erwachsener Und erfahrener bist Und besser mit solchen Dingen Umgehen kannst Du bist noch zu jung Wenn der dir da jetzt Irgendeinen Scheiß sagt Oder was Oder dich da fertig macht Oder was Nein Sie muss das ja unbedingt machen Sie sagt zwar beiden Nein okay Ich mach das nicht Ich fahr jetzt nur zu meiner Freundin Ganz normal Eine andere Freundin Und so Stattdessen fährt sie Nach Mexiko So Ähm Ja Da erfährt sie halt eben Von ihrem Vater Jo ich wollte dich halt nie Du blöde Kuh Tauch hier nie wieder auf Verpiss dich So nach dem Motto Er hat sie total niedergeschlagen Und ihre Freundin Die Das rausgefunden hat Wo ihr Vater ist Lädt sie jetzt in eine Bar ein Und fortan Wart sie nie mehr gesehen Ja Denn sie ist jetzt In den Händen von Menschenhändlern gelandet Ja hier Illegale Prostitution Und so Die machen halt eben Nutten aus denen Fangen sich irgendwelche Mädels ein Und zwingen sie Zur Prostitution Und pumpen sie mit Drogen Machen sie Drogen Abhängig Und so Behandeln sie Mega gewalttätig Dominieren die da Und so Halten die wie Hunde Fast schon Das passiert der Tochter Von Rambo Ja Sie haben es doch gesagt Es ist nicht seine Tochter Mann Ja Der Der Göre da halt So Und ja John Rambo erfährt das Und fährt natürlich dahin Und will sie rausholen Und hier ist der Knackpunkt für viele Denn Das erste Mal in seinem Leben Ist John Rambo In den mexikanischen Wie nennt sich die Wie nennt sich der Scheiß da In diesen ganzen Straßenschluchten Ja Die Favelas Oder wie heißt das In den Ghettos Mexikos Es ist nicht sein Bereich Ja Und diese Gang Die dahinter steckt Ja Und die jetzt sieht Da ist ein Amerikaner Der schnüffelt hier rum Ja Die ist gut organisiert Man sieht auch Dass sie sich mit Handys Gegenseitig da Über SMS verständigen Geh du mal da hin Und geh du mal Positionier du mich mal hier Und du mich mal da Und in kürzester Zeit Haben die sich so organisiert Dass sie Rambo Von allen Seiten einkesseln Und der erste Umgeben von Weiß ich nicht Mindestens 20 bis 30 Mann Was soll denn Ein 74 jähriger Mensch Unbewaffnet Oder nur bewaffnet Mit einem Messer Gegen Fucking 20 30 Mann ausrichten Wenn er anfängt Sie zu töten Dann macht er vielleicht Zwei Okay es ist John Rambo Er macht vielleicht 5 6 platt Dann hat der erste Von denen seine Knarre gezogen Und ihn erschossen Das hättet ihr dann Sehen wollen Oder was Ich meine Was hättest du sehen Bekommen ist auch nicht schön Aber das ist ja auch Das Wichtige In diesem Film Du sollst die Haupt Die Hauptschurken Ja auch Hassen lernen Und das Tut das Gelingt dem Film Sehr gut Ja Denn Diese Gruppierung Von Kriminellen da Die wird angeführt Von einem Brüderpaar Und der eine Von den beiden Schneidet Rambo Ein V In In die Wange Und markiert ihn Damit für immer Das macht er auch Mit seinen Nutten Ja Und Dann wird er übelst Zusammengeschlagen Von einem Ja Der liegt wirklich Völlig matschig Am Boden dann Und der andere Der etwas intelligentere Von den beiden Brüdern Der sagt ihnen dann Du hättest niemals Herkommen sollen Jetzt werde ich An deiner Nichte Ein Exempel Statuieren Ja Und du Dich lass ich leben Ich möchte dass du Damit lebst Dass du Deiner Nichte Das Leben Endgültig Zu einer absolut Brutalen Hölle Gemacht hast Normalerweise Wurden wir sie nur Vorbereiten Und dann irgendwann Irgendwelche Zuhälter Weiterverkaufen Und dann Hätte sie halt Als Nutte irgendwo Gearbeitet oder was Ja Aber jetzt werde ich An ihr ein Exempel Statuieren Sagt er dann Irgendwie dann Die werde ich Besonders hart rannehmen Besonders Gewalttätig Fertigmachen Und was weiß ich Keine Ahnung Ja so Und dann lassen sie In seinem Blut liegen Das Ganze wird Beobachtet Von einer Reporterin Die da irgendwie Vor Ort ist Und über die Favelas Berichtet und so Da irgendwie was Drüber schreit Die sieht das alles Und die pflegt John Rambo jetzt Innerhalb von vier Tagen Halbwegs gesund So Dass er wieder Auf die Beine kommt Wenn man so will Und erzählt ihm Das auch alles So ein bisschen Ja So und jetzt Soll sie ihm helfen So eine Tochter zu finden Ja Dahin zu finden Wenn man so will Und das tut sie auch Spoiler Ja Das ist so ein Problem So John John lebt Auf dieser Ranch Und überall Und überall präpariert Und zwar will er wissen Wo die Villa Der beiden Brüder ist Und dann fährt er da hin Dringt dort ein Und dann kommt das Einzige Was ich an diesem Film Scheiße finde Das Einzige Wo ich wirklich sagen kann Das Das hätten sie anders Machen müssen Ja Und zwar Wie gesagt Er dringt das Gebäude ein Und tötet da auch Wirklich auf brutalste Weise Einige der Leute Die da im Gebäude sind Und der eine Von den beiden Brüdern Der der eben hier Das V raufgeschnitten hat Ja Dieser Bastard Ist am Duschen Und das sieht er Schnitt Nächster Morgen Der andere Bruder Erreicht die Villa Alles ist mit Polizei Abgesperrt Dann geht er Da ganz verwirrt rein Was ist denn hier los Geht ins Schlafzimmer Und da sitzt dann schon Die Leiche von seinem Bruder von diesem Arschloch Ohne Kopf Gegenschnitt John Rambo sitzt wieder In seinem Pickup Fährt wieder Richtung Nach Hause Und schmeißt den Abgetrennten Kopf Des Schweinehunds Auf die Straße Du hast aber nicht gesehen Wie er sich den Bastard holt Du hast nicht Die Angst in den Augen Des Schurken gesehen Wenn John Rambo Dich in seinen Pranken hat Und sein Messer zieht Wenigstens das Hätten sie uns noch geben können Das war Das fand ich Ein ziemliches Fail Ohne Scheiß Das stört mich An diesem Film Kann ich nicht anders sagen So Aber gut Er fährt dann zu seiner Ranch Zurück Und er hat ja die Spuren So gelegt Dass sie wissen Wer das war Und dass sie jetzt Kommen werden Übrigens Auch hier ein Punkt Den ich angekreidet hatte Als ich das erste Mal Über den Film sprach Das ist ja ein bisschen dumm Die müssen ja immer Über die mexikanische Grenze Und die kommen jetzt Hinterher gefahren Mit weiß ich nicht Fünf, sechs Pickups Voll mit Waffen Die ballern da ja rum dann Das kommt ja zu einer großen Schießerei Damit kommst du ja nicht Über die Grenze Du siehst aber Wie John Rambo Selbst Des Nachts Einfach über den Grenzzaun fährt Da steht sogar Schilder Und so Do not cross Mexican border Oder irgendwas Blablabla Da fährt er ja auch einfach rüber Da ist ja auch weit und breit niemand Also Auf diese Weise Werden sie es dann wohl auch getan haben Vermute ich mal Darauf war das vielleicht Ein Hinweis Ja Ich persönlich hätte es auch anders gemacht Ich hätte es dann auch gemacht Dass sie tatsächlich Offiziell Da an so einem Grenzposten Ankommen Die bis an die Zähne bewaffneten Gangster Und dann einfach da Den ganzen Grenzposten zerlegen So hätte ich das gemacht Als Action Regisseur Aber ja gut So Auf jeden Fall kommen sie dann Auf dieser Ranch an Und Rambo wartet natürlich schon auf sie Und dann holt er sie Einen nach dem anderen Und Ich hatte damals angekreidet Und das war in meiner Erinnerung Auch wirklich ganz schlimm Dass du nie siehst Was mit den Leuten passiert Die laufen dann irgendwie gefallen Und das schlägt zu Und was ist dem jetzt passiert Wo ist die Reiche von dem Was war da jetzt Ich weiß nicht Gibt es von diesem Film Eine gekürzte Haben wir eine gekürzte Fassung gestreamt Ich weiß es nicht Gibt es eine gekürzte Fassung im Stream Gab es eine gekürzte Fassung im Stream Ich weiß es nicht Ich kann mich ja mal jemand informieren Ich kenne mich da nicht aus Ob die Filme auch Auf dem Stream gekürzt sind Natürlich Kann ich mir gut vorstellen Dass es sowas gibt Aber Hier war alles zu sehen Du siehst explizit Jeden fucking Kill Das einzige was man Der Endsequenz ankreiden kann Ist das Pacing Also das Tempo Ich hätte mir vielleicht Zwischen den einzelnen Kills Ein bisschen mehr Leerlauf gewünscht Ein bisschen mehr Wie die ängstlich durch die Gänge schlurfen Und noch ein bisschen ängstlicher Irgendwie gucken Und immer Angst haben Wenn irgendwie Geräusch ist Oder irgendwie sowas Das hätte ich noch ein bisschen ausgedehnt Die Spannung wäre dann noch ein bisschen knisternder gewesen Das hätte ich so gemacht Stattdessen geht das recht schnell Zack, 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 zack Aber es ist sehr befriedigend Die sterben da auf relativ blutige Art und Weise Rambo holt sich einen nach dem anderen von den Bastarden Und ganz besonders schön holt er sich den Oberarsch Ja Der will fliehen durch die Scheune Und Rambo wartet schon mit einem Pfeil Mit einem Pfeil und Bogen Und erstmal nagelt er ihn mit mehreren Pfeilen Am Scheuntor fest Schießt ihn in die Schulter Viermal Dann kann er ja nicht mehr los Und dann geht er ganz langsam auf ihn zu Zieht ganz langsam sein Riesenmesser Rammt ihm das Ding in die Brust Schneidet den Brustkorb auf Holt sein Herz raus Und zeigt ihm Wie sein Herz aufhört zu schlagen Hält ihm das vor das Gesicht Und dann sackt er zusammen den Arsch Das ist glaube ich Der befriedigendste Showdown Den ich die letzten 20 Jahre gesehen habe Oder so Wie er den Typen richtet Das war schön So und dann Siehst du allerdings Dass Rambo ganz schön humpelt Er hat sich nämlich auch Eine Schusswunde eingefangen Und dann geht er auf die Veranda der Ranch Setzt sich auf den Schaukelstuhl Und schaukelt und sinniert Dann hörst du noch ein bisschen Auf-Kommentar Und du weißt nicht Stirbt er jetzt? Weil er sagt Ich werde weiter kämpfen Und ich werde die Erinnerung An meine Familie Weiter aufrechterhalten Also überlebt er ja Oder Das war auch so ein bisschen Hätte ich mir auch Ein bisschen klarer gewünscht Wenn ihr ihn sterben lassen wollt Ja dann lasst ihn halt sterben Ja Last Blood Oder Ja dann spart euch aber so ein Spruch Ja Konsequenz Leute Der war doch so schön konsequent Der Film bis dahin Aber naja Und dann war ja auch längere Zeit Rambo 6 in Planung Und dann wieder nicht Zuletzt hat Stallone bestätigt Nein Es wird kein weiterer Rambo kommen Wohl Ne Finde ich auch gut Bevor sie einen Rambo Film machen Der das Franchise zerfickt Ja Also ich Das sag ich doch mal Im Gegensatz Können alle hören Bevor sie einen Sechsten Rambo Film machen Der das Franchise Von hinten zerfickt Ja Wo sich Weiß ich nicht Rambo von irgendeiner Kampfamazone 93 mal das Leben rettet Weil Frauen sind besser als Männer Oder irgend sowas Ja Dark Fate Terminator Dark Fate Ah immer diese Hustenanfälle Ja Dann lass es lieber Lass es dabei Ist okay Ja Ich mag den Film Ich finde den richtig geil Beim zweiten Mal gucken Hat er mir doppelt so gut gefallen Muss ich sagen Wirklich Ja Stallone spielt das Wieder sehr grimmig Und kraftvoll Ja Irgendwann mache ich das Irgendwann setze ich mich hin Und mache einen Rambo Marathon Im Oto Irgendwann mache ich das mal Ich glaube dann wirkt er noch Ich glaube wenn du den Originalton hörst Haut er glaube ich noch mehr rein Der Film Seine Sprüche und so So Leute Und jetzt Kommen wir zu Platz 1 Das habe ich nicht erwartet Ich habe gedacht Ja das ist ein netter Actionfilm Der wird so im Mittelfeld landen Ne Das ist ein Rewatch Ich habe den auf DVD gehabt Ich hatte den auch schon auf VHS Und Hab den bestimmt 10 15 Jahre nicht mehr geguckt Keine Ahnung Gibt es denn so lange Weiß ich nicht Red ich jetzt Quatsch Ich habe ihn jedenfalls lange nicht gesehen Ja Guck es mal wieder an Ich wusste ja um was es geht Ich wusste auch was passiert Ich wusste viele der One-Liner noch Aber Dann Als dann der Stil des Films kam Und dann Die Umsetzung der Action Ja Da ging mir das Herz auf Das könnt ihr euch nicht Mir kamen mir fast die Tränen Vor Freude Bei diesem Film So hart habe ich den gefeiert Es geht um Shoot em up Ey Bleib mal Scharf Kamera Das Licht ist halt doof hier Ja Shoot em up Mit Clive Owen Ja Kein Minderkabat Kotzen Aber naja So Heilige Fucking Schade Mögt ihr Temporeiche Sehr gut Stylish Inszenierte Action Wo ihr immer genau Von einer ruhigen Kamera Gezeigt bekommt Was passiert Die obendrein Mega übertrieben Und Brutal blutig ist Schaut Shoot em up Ich gehe so weit zu sagen Es gibt keine Alternative Zu Shoot em up Ich könnte jetzt noch Vielleicht Wanted nennen Aber der hat zu viel Abgedrehten Plot Ja Was könnte man noch nennen Kingsman Ist zu harmlos Gebt euch Fucking Shoot em up Worum geht es Clive Owen spielt Smith Und du weißt die ganze Zeit Nicht wer er überhaupt ist Wer ist dieser Mensch Ja Er sitzt an der Bushaltestelle Und knabbert eine Möhre Damit beginnt der Film Und dann läuft eine Schwangere An ihm vorbei Ah Ah Und hinterher hier ein paar Typen Guckt er so Guckt er auch ein zweites Mal Ah Fuck Richtig angepisst Steht auf Und hinterher Um sie zu retten Denn Der Charakter Also Smith Ja Hat ein Extrem 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 Ein extremistisch Extrem Gerechtigkeitssinn Ja Er hasst einfach So viele Dinge Die einem auf den Sack gehen Oder die ihm auf den Sack gehen Das ist Schon fast utopisch So Und ja Natürlich auch irgendwelche Penner Die irgendwelche schwangere Frauen Durch die Gegend hetzen Mit offenbar bösen Absichtigen Ne So Der erste Kill ist mit Möhre Also er stopft einem Schweinehund Tatsächlich eine Möhre ins Maul Und haut ihm dann voll viel Fresse Dass hier hinten die Möhre wieder rauskommt Ne Und sagt hinterher Esst mehr Gemüse So und das Wenn ihr jetzt noch dabei seid Das ist der ganze Film Dann packt er seine beiden Wummen aus Und dann ballert er die Leute über den Haufen Es ist eine wahre Freude Es ist einfach nur ein Fest Wie Clive Owen hier die Leute wegrockt Wie er die alle platt macht Das ist einfach nur Ein Augenschmaus So und während der Schießerei Entbindet die Alte ein Kind Wird dann leider selbst in den Kopf geschossen Jetzt hat er das Baby am Hals Clive Owen durchtrennt Nach Nach der Geburt Die Nabelschnur mit seiner Pistole Er durchschießt die Nabelschnur Dann nimmt er das Baby dann mit Jetzt wird er gejagt Alle wollen dieses Baby töten Warum zum Teufel Will eine Meute von Killern Dieses kleine Baby töten Fragt er sich Er muss irgendwie jetzt dieses Baby in Sicherheit bringen So dann macht er noch Monika Bellucci mit Die spielt eine Prostituierte Und der will ja das Kind übergeben Die hat nämlich gerade ihr Baby verloren Kurz vor der Entbindung Kurz vor der Geburt Wenn man so will Deswegen hat sie Muttermilch auch Und kann sich um das Kind kümmern daher So das weiß er Er weiß davon Und geht dann zu ihr Sie will aber nicht Und dann Ja Es überschlagen sich die Ereignisse Und dann sieht sie halt Die wollen das Kind töten Und dann begleitet sie ihn Und dann flüchten sie schon zu dritt Und etliche Shootouts Paul Jamatti spielt hier den Schurken Ja Der ja eigentlich immer irgendwie Knuffige Sympathische Typen spielt Der spielt hier einen Motherfucker Einen so unsympathisch Ekelhaften Schleimigen Bastard Man könnte mal Der kommt aus dem Schwarzwald Ja So und Es ist einfach Einfach großartig Ich Auch was Was hier so Ja Ein Shootout Von der großen Leuchtreklame Tafel Und am Ende bleiben Die Buchstaben stehen F U K U Fuck you Daneben steht noch ein kleineres Wort Da schießt der Schweinehund drauf Da bleiben nur die Buchstaben stehen T O Fuck you too Solche Sachen passieren Wisst ihr was ich meine Ja Das ist so richtig diese Fun-Action-Scheiße Und es ist Einfach nur cool Ich kann es nicht beschreiben Man muss es wohl gesehen haben Ja Zum Spoiler Was hier überhaupt los ist Ja Also es passiert unheimlich viel In diesem Film Also von der Action her Jetzt Unheimlich viele Action-Sequenzen Ja Ähm Wie sich herausstellt Finden die beiden Auf ihrer Flucht So eine Art Samenbank Die alle von einem Spender kommen Die ganzen Spenden Die ist von dieser Samenbank Ja So Und zwar kriegen die raus Also ich spoil Das ist der Hintergrund Komplett gleich Also Die kriegen halt eben raus Es gibt einen Politiker Der hat eine schlimme Knochenkrankheit Deswegen braucht er Knochenmarkspenden Deswegen lässt er halt eben Da durch seine eigene DNA Irgendwie wohl diese Kinder Da irgendwie Äh Naja Durch seinen Sperma Frauen befruchten Oder was Ja Oder irgendwie so Keine Ahnung Ja Ich hab jetzt auch keine Das hab ich ja auch nicht ganz verstanden Bedeutet das Dass der schon etliche Kinder Gekillt hat Um das Knochenmark zu kriegen Und dann sich ein paar Tage länger am Leben zu erhalten Oder will er nur ein Kind haben Bei dem es dann auch passt Und dann das großziehen Und wenn es erwachsen Oder wie Das hab ich nicht ganz Er will dann ja ein Baby töten Oder Ist ja auch ein Arschloch dann Eigentlich So Auf jeden Fall Das ist das Was hier passiert Und es gibt halt eine Gegenseite Einen Waffenkonzern Dieser Politiker ist nämlich Gegenwaffen Und dieser Waffenkonzern Will weiter Waffen produzieren Müsste aber schließen Wenn dieser Politiker An die Macht kommt Damit er also schön fein stirbt Und nicht seine Knochenmarkspenden bekommt Wollen sie dieses Baby töten Und alle Babys In dieser ganzen Samen Die Samenbank ist zerstört Als sie sie finden Ne Sie wollen halt verhindern Dass er weiterlebt So Und für die arbeitet Paul Jamatti Ja und In dem Flugzeug In dem Flugzeug Ja Es kommt nachher dazu Das finden die alles raus Und landen dann in dem Flugzeug Mit diesem Politiker Und da erfahren sie halt Die ganze Wahrheit Über den ganzen Scheiß So Das ist nachher Ziemlich gegen Gegen Schluss Im Showdown Ja Äh Clive Owen versteckt Äh Monica Bellucci Mit dem Baby In einem Panzer Damit sie sicher sind Und keiner weiß Wo die sich aufhalten Nur Clive Owen weiß das Ja Und dann sucht er halt Diesen Diesen Politiker Auf In dessen Flugzeug Wird er dann geführt Dann fliegen sie halt los Und so Und dann kommt es da oben Zu einem weiteren Kampf Denn da tauchen auch Die Killer auf Und dann Äh Gibt es ein Shootout Im freien Fall Aus dem Flugzeug raus Könnt ihr euch das vorstellen Das gibt es in diesem Film Das gibt es in diesem Film Auf jeden Fall Am Ende ist es nachher so Dass in diesem Shootout Im freien Fall Fängt sich leider Unser Held Eine Kugel ein Er ist ja auch nicht Unverwundbar Und dadurch gerät er dann Nach der Landung Mit dem Fallschirm Gerät er dann Danach in Gefangenschaft So Nebenraum ist ein Kamin Und Clive Owen steckt sich Ein paar Patronenhülsen Zwischen die Finger In dem Moment In dem Paul Samatti Ihn stellt Ja Und dann hält er die Hand In den Kamin Und dann lösen die aus Und dann wird er Von Kugeln durchsiebt Paul Samatti Kommt dann aber Noch mal hoch Steht noch mal auf Völlig Völlig erschöpft Und Clive Owen Nimmt dann seine Waffe Seine Waffe Mit beiden Händen So Ne Und schafft es noch einmal Zu schießen Und ballert ihm Ein Loch in die Brust Und dann ist er endgültig Weg der Arsch Da hat er sie alle aufgehalten Das ist der Showdown Richtig auch Ein sehr cooler Showdown Finde ich Ne Okay Vielleicht nicht ganz so Geil wie bei Rambo jetzt Ne Aber es ist ein guter Showdown Gewesen Eigentlich ist der ganze Film Einziger Showdown Jo Und dann geht er halt eben Zu Monica Bollucci Und dem Baby Und das werden sie jetzt Wo auch die beiden Verlieben sich werden Im ganzen Scheiß ja auch Ja Es gibt einen Ja das erzähle ich gleich Wie ich uns das Jenseits des Spoilerhuts Erzähle ich gleich noch Ein bisschen was Und dann bleiben sie wohl Zusammen mit dem Kind Irgendwie so Und er hat nachher Die beiden Hände bandagiert Im Finale dann Ja nach dem Finale Wenn man so will Und dann sucht er sie Auf und findet sie auch Sie arbeitet mittlerweile Irgendwie in so einem Kleinen Diner und so Und dann kommen da plötzlich So ein paar Idioten rein Und wollen den Laden Überfallen Und die macht er dann Trotz dessen Dass er seine Finger Nicht bewegen kann Macht er sie trotzdem fertig Das ist einfach nur geil Und dann endet der Film So Ein Shoot Ich habe es ja schon Im Spoiler gesagt Kann ich auch hier nochmal erzählen Ihr wisst ja nicht Wann das kommt Ein Shootout In freiem Fall Ja Ein Shootout Beim Sex Könnt ihr euch das vorstellen Er hat die Idee Noch an sich dran hängen Und ballert die Leute weg Ja Das klingt bescheuert Aber das ist hier Einfach geil umgesetzt Oder Eine Schießerei In einer Lagerhalle Ohne dass Clive Ohn In einer Lagerhalle ist Könnt ihr euch das vorstellen Aber er macht sie alle platt Solche Sachen Also man hat hier Unheimlich viele Kreative Sachen Ausgearbeitet Es ist nicht einfach nur Ein Ballerfilm Man hat wirklich versucht Kreativ wie möglich Die Shootouts zu inszenieren Mit Ideen voll zu packen Und es ist sehr 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 gut gelungen Ja Und ich finde es auch Ein bisschen schade Dass man von diesem Regisseur Irgendwie nichts mehr hört Wartet mal kurz Ich schau mal kurz Weil der hat davor Irgendwie Zwei Ein oder zwei Filme gemacht Moment Ich kann es euch glaube ich sagen Oh heute ist er aber Achja ich habe ja den anderen Rechner Das ist gar nicht mehr langsam Obwohl OBS läuft Also der hat Direkt hier vorgemacht Den auch sehr kultig Finde ich Umgesetzten Monster Horror Slasher Monster Man Ja Und die anderen Sachen Kenn ich nicht 100 Women So viele Frauen 1 2 Pie Ist nicht dein Ernst Oder Mein Traummädchen von nebenan Und der kleine Gigant Irgendwas mit Beanstalk Hier Hier Die Bohnenranke Oder was Das Märchen 94 Hat er das verfilmt 2007 war Shoot'em up Und seitdem hast du von dem Regisseur Nichts mehr gehört Was ist der Tod Oder was Ne hier steht nichts von Tod Mittlerweile ist er 60 Mach mal wieder einen Film Alter Ja gib mal wieder ein paar Gute Actionfilme raus Hollywood Ja Also Wie gesagt Wenn ihr Das also Ohne Scheiß Mir wird ja immer wieder gesagt Guckt doch mal endlich Ganz Akimbo Ich wette Dass dieser Film Gegen Shoot'em up 100fach abstinkt Jede Wette Er kann nicht das Tempo Von Shoot'em up halten Und auch nicht die Härte Gehe ich jede Wette ein Ich hab den noch nicht gesehen Aber alleine schon Die Tatsache Hier in Shoot'em up Macht kein nerviger Charakter mit Na ich mein klar Der Schurke Er ist auch ein Arschloch Aber ich weiß schon Dass bei ganz Akimbo Da macht er irgendwie So eine Superpower Hyperhyene Ich bin hier die geilste Frau Von allen Und hau die ganze Zeit Nur Anti-Männer-Sprüche raus Ja so einen Charakter Braucht man denn in einem Film Das ist schon wieder Ach naja So Ja ich weiß Das ist nur eine kleine Nebenrolle Die taucht kurz auf Dann ist sie auch schon wieder weg Stört mich trotzdem Gib mal auf den Sack sowas Genau wie bei Deadpool Diese Super Sonic Ultra Power Feuertitten Pussy Da am Ende Was soll der Charakter Kein Mehrwert Kein Charakter Die ist nur da Um zu nerven Um arrogant zu sein Weil wer braucht Die Charaktere Ich nicht Ja so Gut also Hier nochmal Stylishe Action Sauber gefilmte Action One Liner Reit sich an One Liner Film Zitat Reit sich an Film Zitat Ohne Scheiß Esst mehr Gemüse Hab ich ja schon gesagt Zum Beispiel Aber hier sind auch noch andere Gute Sprüche Die er so raushaut Ja Es ist einfach Ach Es war einfach nur Beim Fest diesen Film zu gucken Leute Ich kann es nicht anders sagen Er ist auch kurzweilig Der ist ja irgendwie Keine 90 Minuten lang Moment Wo steht es denn Da 86 Minuten Also wirklich Solche Filme würde ich mir mehr wünschen Dann bin ich durch Für heute mit dem Ding hier Ich bedanke mich bei euch Fürs Zuschauen Wünsche euch viel Spaß Von was auch immer ihr als nächstes schaut Die Tage Habe ich jetzt erstmal andere Dinge vor Als Filme gucken Tut mir leid Nicht böse sein Dave Aber ich möchte erstmal Vor einer Seele haben Die ganze Geschichte mit dem PC Ja Mein Vater kommt Mittwoch Dann gucken wir was wir retten können Und wenn ich denn jetzt In dem Ersatz PC hier Schon die Musikplatte drin gehabt Zumindest Und auch wieder Radio machen kann Von hier aus Das wird aber alles dauern Das ist alles noch Einstellungssache Ich muss noch mit meinem Chef Dann die ganzen Programme installieren Und so Aber wenn das soweit ist Dann Dann Habe ich wieder abends Bock Filme zu gucken Ja Weil als nächstes Gibt es Anime Das ist das Thema für Als nächstes Feedbacks Und da möchte ich wirklich Entspannt sein Wenn ich so einen Film gucke Also Und das mache ich dann aber Wahrscheinlich fange ich damit an Mitte, Ende, nächste Woche Äh nee Nicht nächste Diese Woche Wenn alles klappt Vielleicht schon nach Mittwoch Oder am Mittwoch Oder Freitag, Samstag Ich weiß es noch nicht Aber ich möchte da wirklich Gute Laune haben Wenn ich das gucke Ich bin jetzt jetzt echt Vom Kopf immer nur PC, PC Hoffentlich kriegen wir das alles hin Hoffentlich läuft das alles Da kommt ja auch noch Was ganz anderes In puncto PC Aber das erfahrt ihr dann schon noch Auch wenn es so weit ist Aber das nimmt halt noch ein bisschen Zeit in Anspruch Deswegen Ja Ich muss erstmal mit dem Ding Hier Vorlieb nehmen Wer sich jetzt ein bisschen Was denken kann Dann wird wissen In welche Richtung das geht Was ich meine Okay nochmal Lieben Dank fürs Zuschauen Viel Spaß bei mir Als nächstes Schaut Und bis zum nächsten Mal Wie immer Farewell Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.